Oh, Leute! Wie viele Monde haben wir? Buh, 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 buh! Wir haben... Ja, das ist ja easy machbar, Chat. Wir müssen heute noch 125 Monde machen. Hey, ja, easy. Das ist ja easy. Das ist ja easy. Und deshalb lass uns mal mit was Neuem anfangen, bevor ich mich jetzt irgendwie von hinten durcharbeite und dann nicht mal bei den coolen Sachen ankomme und wir schon die 500 geknackt haben. Also lass doch mal irgendwie hinten anfangen. Bei den neuen Sachen. Wie zum Beispiel... Ach so, das ist ganz hinten Pilzkönigreich. Wie zum Beispiel Pilzkönigreich. Du brauchst nur 420 Monde und musst die Switch 69 mal schütteln. Ah! Ja, versuchen wir später. Mal gucken, ob wir das heute schaffen. Ist das eine neue Cutscene? Oder war das schon immer so ein Unwetter? Vielleicht ist um das Pilzkönigreich immer so ein Unwetter. Nie wird mir geglaubt. Es ist kein Problem, Draghi, eines Einzelnen. Es ist das Problem des Kollektivs. Deshalb glaube ich einfach niemanden mehr. Sondern das, was ich gegoogelt habe. Das glaube ich nur. Oh, was ist das denn? Ach so, ja, gehen wir mal rein, ne? Ist ein Free Monde, denke ich. Einfach Free Monde. Aber ja, Chad, was ist der Plan? Der Plan ist es heute, die 500 zu knacken. Damit wir endlich in das super, super, super tolle, schwere Level reingehen können. Was wir auch in 3D World gemacht haben und in 3D Land gemacht haben. Dieses Champion-Meister-Level, Digga. Ähm, das wird heute der Plan sein. Mal gucken, ob ich das schaffe. Weil es sind noch 125 Monde. Ich habe letzte Woche innerhalb von irgendwie 6 Stunden 130 oder so gemacht. Also eigentlich machbar. Außer meine Psyche bricht. Was, wenn das einer von uns geschrieben hat? Was, äh, den Wiki-Eintrag? Was habt ihr schreiben könnt? Ich sehe ja schon die ganze, die falschen Informationen hier im Chat von euch. Wieso ist hier keine Musik? Jetzt haben wir Musik. Auch nicht. Ah doch, okay. Trust no one. Einfach die Fire Emblem 7 Werbung. Was ist Fire Emblem 7? Hier gibt es wieder Schafe. Sogar Schafe gibt es hier wieder. Alles wird recycelt in diesem Spiel. Sogar die einzigartigen Schafmonde. Schafmonde. Wikipedia besteht nur aus Fehlerquellen. Was ist, wenn ich sage, das war gar kein Wikipedia? Wo ich das gelesen habe? Ah, da staunst du jetzt, ne? Das war gar kein Wiki. Das war die Mario Bibel, wo ich das gelesen habe, ja? Wie viel will er haben? Sechs. Sechs. Das kennt schon viel. Das Ding ist, das, was ich dir erklären wollte, hat ja nicht mal dein Wiki-Eintrag widersprochen. Ja, Pech gehabt. So. Das sind Riesenpilze, ne? Oh nein. Hätte ich riesig werden können? Wie bei New Super Mario Bros. 2? 1? 2? 1? Bleib doch stehen! Ich habe bei Nintendo angerufen, ja. Fire Emblem 7 ist the blazing blade. Ich habe mich, äh, schlau gemacht. Was heißt schlau gemacht? Ich habe ein bisschen gegoogelt. Bezüglich Fire Emblem. Und welche Teile ich theoretisch, wenn ich einen Marathon machen würde, spielen müsste. Und dicker, die Hälfte ist ja einfach gar nicht bei uns rausgekommen. Die Hälfte ist einfach, einfach Japan only oder so. Warte, ich will mal kurz die Nuss runter. Keine Musik einfach. Ich muss wahrscheinlich die Musik erst freischalten. Ja, ja, es gibt halt so Fan-Übersetzungen. Aber ja, die meisten sind, oder was heißt die meisten? Aber die, die, äh, ersten, die Anfänger von Fire Emblem sind bei uns nie großartig rausgekommen. Nur dann später irgendwie als Re-Releases oder sowas. Zum Beispiel jetzt mit Echos oder sowas. Guter Wurf! Ist die Nuss nicht ein bisschen zu klein? Ich glaube, diese kleine Nuss ist für die kleinen Blumenkästen, ne? Oh, hier, lol. Mama Nuss. Würdest du mit Englisch-Pet spielen? Nee. Ich spiel dann nur die, die bei uns halt rausgekommen sind. Ich spiel dann unsere Timeline. Die deutsche Timeline. Oh, 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 oh. Das ist der geile Vogel. Wieso wird er hier so ausgehängt? Das ist ja Mario 64. Ich spring da rein in das Bild. Das ist ne Referenz. Einfach derselbe Boss nochmal? so einen raum brauche ich auch in meiner wohnung also ich kenne so einen raum in anolondo gib mir die brücke spuck mich an kotze mich an es gibt diesmal keine heilung hier schade ich dachte nicht dass es so einen schwanger macht ich habe keine ahnung wieso der vogel so mad ist vielleicht hat dem bowser irgendwas zugeflüstert haben gesagt der mario hat eine suppe versalzen nicht meine suppe nachdem er einen leberschaden bekommen hatte durch die suppe es gibt doch heilung was es es Hey! Hey! Was? Hallo? Ich hasse diesen Bosskampf. Wenn ich nochmal verliere, den zerlegt das Spiel und spiel nie wieder Mario-Spiele. Dumme Drecksvogel. Ich versalze nicht nur deine Suppe, ich kack da rein in deine Suppe. Wohing! Wohing! So Ein Treffer noch Irgendwann muss ich mir selber mit Videospielverbot drohen, damit das funktioniert Das ist noch tief in meiner Kindheit Seit meiner Kindheit tief in mir verankert Als ich für alles Was ich Doofes gemacht habe Immer eine Drohne bekommen habe Von meinen Eltern Jo, was ist das denn? Okay, da kommt doch mehr Ich komm nicht ran So Hab ihn Wenn du verlierst, ist dein Bruder dran Moment War hier nicht so War hier nicht in dieser Welt Das lustige, dass man Keine Monde bekommt, sondern Sterne Bin beeindruckt Ja, sobald die Drohung kommt Videospielverbot Dann kommen U-Instinkte aus mir heraus Aber bist doch in Kochland Ach, die Monde zählen jetzt für Kochland Die ich da jetzt abgeholt habe Mario ist echt ein dummer Wichser, oder? Da wachsen einfach Pilze und der kickt die einfach alle weg Er isst die nicht mal oder so Er kickt die einfach nur weg Er zerstört die Flora und Fauna Waren zu faulen, Trippelstern zu designen, ja Guck mal, ich hab jetzt auch Doch, die Monde sind hier In dieser Welt Okay Chat Gibt es den Pilzkönigreich auch? Interessante Monde Monde-Sterne? Oder ist das Pilzkönigreich nur Best of? Also, dass wir jetzt einfach alles nochmal machen Ein paar, ja Okay, also sagst du Hier, in dieser Welt werde ich meinen großen Spaß nicht unbedingt finden Wenn ich was Neues suche Wir sollten nach New Donk City gehen, oder? New Donk City ist bestimmt richtig Neues 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 Aber Neues Ja, Digga, das ist ja wirklich Alle Sub-Räume sind in dieser Welt Wohl irgendwie nur Was Recyclings Das ist nicht so Neues Weil so Sub-Räume sind die, die eigentlich am meisten Spaß immer machen Es gibt einen schweren 2D-Part Hier drin, in dem Pilzkönigreich Dann suche ich ihn mal Wir gehen mal kurz hoch zu Peach, Leute Ich glaube Solange ich bei Peach noch nicht war Triggert noch nicht die Musik Wir gehen mal zu Peach Damit wir hier Musik haben Und wo ist Yoshi? Hier gibt es sogar die Äpfel, die Yoshi immer mag Hast du schon alle Teile durchgespielt? Ne Das ist hier Marathon Und ich spiele Sonntag, jeden Sonntag Stück für Stück Durch die ganze Reihe mich durch Nach Release Das heißt Mir fehlt jetzt nur noch Wonder Also wenn ich das hier durch habe Dann spiele ich Wonder Trevor Und dann habe ich alle Oh, da war ein Treffer Bist du durch? Ne, ich bin noch nicht durch Das ist hier ein Super Mario Marathon Ich spiele jeden Sonntag Stück für Stück Mich durch die ganze Reihe der Jump'n'Runs durch Angefangen bei Super Mario Bros. 1 Und wir sind mittlerweile bei Super Mario Odyssey Wir spielen nach Release-Datum Deshalb bin ich noch nicht durch alle durch Weil, ne Wie du schon weißt Das Aktuellste ist ja Mario Wonder Mario, furchtbar ein Neues Kapitel Peach schon wieder verschwunden Sie hat ihren Koffer gepackt Und ist mit einem sehr glücklichen Gesichtsausdruck Okay, sie geht in Urlaub Oh, war das nicht irgendwie so Dass man sie jetzt in jeder Welt suchen muss? Dass sie jetzt in jeder Welt Irgendwie so einen Urlaub macht? Und bei Toe Dead konnte man noch irgendwas machen Irgendwie was ihr geben oder sowas Und dann hat man irgendwie so eine Roadmap gehabt Oh, ich krieg einen Stern Ein Mond für dich Boah, Nintendo bist du dumm Da ist das ein Stern Okay, ich krieg direkt Die ganze Liste? Achso, nee Das ist jetzt Hier Sammle Münzen Aktiviere Rücksetzpunkte Spreng Mondquader Okay, okay, okay Hier sind die Achievements Das sind die Achievements Krieg ich da für jeden Achievements einen Mond? Ich glaub, das hat sie grad gesagt Ja Das ist wahrscheinlich der Mond, der mir gefehlt hat In Hutland Muss ich um Peach zu treffen, Chat? Also ist die dann jetzt so gescriptet? Jetzt ist sie bei Hutland Danach ist sie bei Dingels Oder ist sie Kann ich sie jetzt überall zeitgleich finden? Wenn ich jetzt zum Beispiel Sag ich mal nach Ich weiß nicht, wieso ich Kasachstan sagen wollte Wenn ich jetzt nach Kasachstan reise Ist sie auch dort? Manchmal ist mein Gehirn Echt verwirrend Also dass es keine richtige Reihenfolge gibt Sondern egal wo ich hingehe Sie wird immer da sein Es gibt wirklich Yoshi Weil das muss ich ja mit Yoshi machen Ist Yoshi auf dem Dach? Ich geh aufs Dach Die ist auf Madeira Oh, da ist ein Zapraum Junge, das Schaf ist hier Ich muss das Schaf durch die ganze Map lotsen Endlich wieder Mario Sterbe ohne 8 Stunden Mario am Tag Instant Fortnite Grüße Oh, das ist das Ich finde, wir sollten immer unsere Sätze mit Fortnite benden Sali Bonani Was geht ab, Junami? Dankeschön für 5 Monate Gestern ein Freitag-Video gesehen War mega neidisch Ich hab sie mir gestern abgeschnitten Jetzt bist du nicht mehr neidisch Alles klar, Fortnite Das ist so wie Over and Out Wenn man über Walkie Talkie spricht Dann sagt man am Ende immer Fortnite Jetzt regt doch nicht so viel Ich hab keine Zeit, ne? Ach, das verschwindet dann auch wieder Ach, du Scheiße Ich dachte, das bleibt Dass ich das dann so Stück für Stück bauen kann Ach, du Scheiße Fortnite Danke für 5 Monate Fortnite Wieso sind da Nike-Logos Trägt Mike Mike Trägt Mike äh Trägt Mike ähm Mario-Klamotten? Junge, mein Gehirn ist einfach komplett durch Mario? Nein, wie bei Fortnite Gubi 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 Fortnite So, ich bin fertig Hey, actually ganz gut, oder? Die Augen sind halt ein bisschen, ähm, zu weit auseinander Aber actually ganz gut 73 Ich hab auf jeden Fall keine, keine, keine Gumba-Parts genommen Weil da waren ja noch Gumba-Parts Torch hat Stern gesagt So, jetzt geh ich aufs Dach, okay? Nachdem ich den hier gemacht habe Jo, was, so weit? Heißt du Gubi? Nein, wie bei Fortnite Nicht Beats Hoppata Pupi Aber wieso? Und Kirayami, danke, Chef, für den Gifte-Zapp Danke, danke Du-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh- Okay, ich glaube, ich brauche eine andere Route. Ja, aber das sind doch Monde. Die sehen doch aus wie Sterne. Das sind Monde. Okay, ich glaube, ich habe den schwierigsten Mond im ganzen Spiel gefunden. Ich glaube, ich habe den schwierigsten gefunden. Gibt keinen schwierigeren in dem Spiel, oder? Moment, da ist ein Moped, Leute. Leute, da ist ein Moped. Leute, ich schaffe das. Leute, ich schaffe das, da ist ein Moped. Mann, da ist ein Moped. Kann ich noch mal neu starten? Also ich habe einen Autoführerschein, also habe ich automatisch auch einen Moped-Führerschein. Ich hasse dieses Videospiel! Ich werde weiter weg. Was? Da steht ein Mond für dich. Und da oben steigt die Mondanzeige. Das sind Monde. Weil im Endeffekt sind Sterne auch nur Monde. Ist das die 2D-Passage, die so super schwer ist? Ja, doch, war schon schwer. Ja, doch, war schon schwer. Ja, war schon schwer. Wie, was hast du gekifft? Ich kiff gar nicht, bin straight edge. Drogen sind böse. Finger weg. Gebt lieber euer Geld für Prime-Subs aus. Oh, hier! Vor allem Geld für Prime-Subs, lol. Ist es das die schwere Stelle? Hä, lol, was? XD? Ach so, ah, der Background muss mitfahren. Dummes Game. Hier nachkommt Mario Wanda, ja, wenn wir das durchhaben. Also an sich habe ich es schon durchgemacht, aber ich will gerne das superschwere Level noch erreichen. Dafür brauche ich 500 Monde. Das ist das Ziel. Also der Anfang war schon hart. Also ja, ich denke mal, das wird schon das Schwierigste hier sein, ne? Da ist ein Monde. Da ist ein Monde. Das darf nicht zu schnell sein. Ja, das ist wirklich schwer. Das ist wirklich das Schwierigste hier. Ne, nix wie über die Zuschauer spult jetzt 30 Minuten vor. Müsst dranbleiben. Ihr müsst es, denn sonst fühlt ihr es am Ende nicht. Das ist genau wie wenn du bei Naruto alle Fehlerfolgen skippst. Dann fühlst du es am Ende nicht. Du musst es gucken. Nun, dann kannst du sagen, ja, Naruto war ein Abenteuer. Au! Ich habe noch nie in meinem Leben Naruto geschaut. Okay, Lüge. Ich habe ein bisschen geschaut. Ich schaue nur die Filler. Stark. So, jetzt nicht dumm wieder runterfallen. Ähm, ähm, achso. Jo! Jetzt geht es ja hier richtig ab. Oh! Oh! Nein, wieso? Gehst du da nicht hin? Ach du Scheiße, 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 ach du Scheiße. Wo ist es nach oben, wo ist es nach unten? Ich wusste nicht, wo nach oben nach unten ist. Ich stand drauf, aber ich war verwirrt. Wie ich jetzt in die Röhre komme. Mann, das war bestimmt das Ende schon, ne? Ja, ich musste nach oben drücken, nicht nach unten. Aber ich habe nach unten gedrückt, weil Röhre ist ja immer unten. Und dann habe ich es zu spät realisiert und dann war die Zeit vorbei. Ah! Oh! Oh! Okay. Oh! Oh! Wie die auch schneller werden, wenn sie aus dem 2D-Bohreich rausfliegen. Das hier symbolisiert eigentlich Marius' inneren Kampf, wie er versucht aus der Sekte zu entkommen. Die Sekte der Flat-Earthler, die ihn immer einreden, die Welt ist 2D. Aber er sagt nein, die Kugel ist eine Kugel, die Erde ist eine Kugel. Und das stellt das so ein bisschen dar, metaphorisch und so, Digga, ich bin tot. Hast du das im Internet? Nee, das ist ja sehr offensichtlich, wenn man Mario spielt, ist das ja klar. Ich bin gerade Rosinen-Mario, ja. Wir hatten diese Woche keine Rosinen-Folge gehabt, also kriegen wir jetzt Rosinen in Form von dem Outfit. Ja, da oben ist eine Kanone, Lüge! Die scheiß Regierung hat die Kanone auf mich zugeschickt. Ich will weiter, weiter, dass Mario denkt, dass die Erde eine Kugel ist. Ich habe nur noch ein Herz. Das wird gleich wieder doof enden bei den Fuzzis. Bei den Fuzzis brauche ich mindestens irgendwie ein Leben oder so, weil die sind schon echt arschig. Also an sich, die Fuzzis sind nicht das Problem, aber das Orientieren, während die Fuzzis auf dich zufliegen, in der Geschwindigkeit, die sie drauf haben, ist schon High-Level-Gameplay, was man da an den Tag legen muss. Deshalb wäre es not bad, wenn man auch irgendwie noch einen Hit behalten kann. So, ich mache jetzt ein bisschen entspannter. Nicht direkt, ne? So, und jetzt. Ganz in Ruhe. Okay, beim nächsten Mal. Ganz in Ruhe. Okay, nächstes Mal. Okay, jetzt. Wir lassen die Fuzzis durch. Zack. Wieso? Läuft er nicht? Genau das hier, ne? Hier brauche ich einen Hit. Brauche ich noch, ne? Geh doch rein! Oh mein Gott. Rosina hat aber mehr Restaurants gerettet als Mario Prinzessin Peach. Ist das so? Ich meine, es gibt eine Wikipedia-Liste, wo man sehen kann, welche Restaurants noch leben und welche nicht. Vielleicht sollten wir das mal abgleichen. Mit der Anzahl der Restaurants und... Die Male, die... Mario schon Peach gerettet hat. Und wenn wir halt noch die Multi-Welt-Theorie mit reinbeziehen, dann hat Mario Millionen-Milliardenfach Peach gerettet. Weil jeder Run, jedes Mal von jedem Spieler, ist ja quasi eine neue Timeline in der Multi-World-Theorie. Aber es gibt nur ein Rosin. Aber es gibt Milliarden von Marios. Das wissen wir nicht. Ja, wir haben noch keine Beschädigung gehabt, dass es mehrere Rosins gibt. Aber wir haben eine Beschädigung dafür, dass es mehrere Marios gibt. Weil... Eure Odyssey-Version ist nicht 1 zu 1 meine Odyssey-Version. Also ihr habt eine andere. Einen anderen Mario. Eure Odyssey-Version ist nicht 1 zu 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 Das ist der schwierigste Part, oder? Der schwierigste 3D-Part, oder? Das meintest du damit, oder? Oder meintest du noch was anderes? War auf jeden Fall cool. Hat Spaß gemacht. Es gibt sehr viele Rosinen. Was redest du da? Hab schon mindestens 100 gegessen. Mann, nicht Rosinen, die man essen kann. Nicht diese kleinen Mini-Gehirne. Sondern Frank Rosin. Der weltbeste Restaurant-Tester. Da ist sogar ein Mond. Das Rosin-Paradoxon. Yo, Fruit Cookie. Ciao, ciao. Viel Spaß beim Mädels-Abend. Ein bisschen Shampoos trinken, ne? Spritzig. Da ist Yoshi! Die miese... ...alte Sau. Ich werde zu Yoshi. Ich reite ihn gar nicht. Moment. Kann ich auch drauf? Babu, Babi, Babu. Oh, okay. Geht von alleine rein. Zunge ausstrecken. Der kann ja kleben mit seiner Zunge. Seit wann ist Yoshis Zunge eine Klebezunge. Das Geräusch, Alter. Warte, wir gehen erstmal hier drauf. Und dann gehen wir nach da hin. Seit immer... Ich kann mich an kein Mario-Spiel erinnern, wo man als Yoshi an Gebäuden kleben konnte mit der Zunge. Ich weiß nicht, was du für komische Versionen vom Flohmarkt oder so gespielt hast. Aber in der Regel kann das Yoshi nicht. Galaxy 2 konnte er sich auch nicht an Gebäuden dran züngeln. Und Black Sheep. Dankeschön für 14 Monate. Wie glaubst du immer Früchte mit der Zunge? Wie glaubst du immer Früchte mit der Zunge? Das ist der Apfel. Und hier kommt jetzt die Zunge. Die geht jetzt hier außen rum. Und umschlingt das so. Das heißt, hier gleich noch einen kleinen Pinsel. So. Und dann... Rein. Der Schies Zunge ist sein Pimmel. Äh... Komische Dinge kannst du mit deinem Pimmel? Solltest du vielleicht mal zum Supertalent gehen? Ich mein, wenn da... Sogar Leute Aufmerksamkeit bekommen, die mit ihrer Vagina Flöte spielen können? Ich glaub, du wärst ne große Nummer. Wenn du dort nen Apfel mit deinem Penis greifen könntest? Okay, stark. Oha! Sieht so fallig runter! Wie bin ich noch mal hochgekommen? Ich hab vergessen, wie ich hochgekommen bin. Wie bin ich noch mal hochgekommen? Ach, hier mit dem Boy, ne? Es gab einen, der mit seinem Penis gemalt hat. Ja, das ist ja was anderes. Da kommt ja die... Das kommt ja dann aus den Hüften raus, wie du ihn schwingst. Aber wie willst du so viel Kontrolle in ihm haben, dass du nen Apfel greifen kannst? Ich mach noch mal neu. Ach, ich hab ja keine Mütze. Ich dachte mir, wieso macht er keinen Cappy-Jump? Okay. Wahrscheinlich ist es dann hier oben... ...dann ein... ...Stern. Oder... ...hier ist gar nichts. Ist natürlich auch stark, ne? Vielleicht muss man hier hoch, um hier von hier aus irgendwas zu sehen. Um dann zu sagen, aha. So geht das also. Ich will zu Rapunzel. Ich mag gar nichts. Doch, du magst Dinge. Du magst JRPGs. So. Doppelmoral an deiner Stelle jetzt. Ähm, ja, wo haben wir sie? So ne coole Nuss. Ach da, die liegt da von der Mitte. Serviert, genau. So, welchen Boss haben wir hier gerecycelt bekommen? Oder gibt's hier was Neues? Ja, okay. Hat sich nicht gelohnt. Schade. Hier brauchen wir wahrscheinlich den N64 Mario, ne? Outfit. Sein Outfit, ne? Ja, 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 ja. Äh, die FF7 Demo hab ich gespielt, ja, gestern. Was haben wir hier? Der ist ja einfach for free. Ich bewache diesen Mond, damit die Goombas ihn nicht tun. Ach, das ist das auch. Das haben die auch recycelt. Boop, 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 boop. Moment, ich wollte nochmal zu Rakete. 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 Wie lange ist die Demo? Äh, zwei Stunden vielleicht? Weniger als zwei Stunden. Aber, ähm, die Demo ist quasi das, ich denke, es wird quasi das Tutorial von Main Game sein, wenn das rauskommt. Und du kannst dann quasi diesen Part im Main Game skippen, wenn du die Demo vorher auf deiner Konsole gespielt hast. So, hier gibst du jetzt noch einen, oder? Oder ich muss noch ein Bild malen. Tot so ein Trottel, der kann keinen Stern von einem Mond unterscheiden. Ja, hab ich auch vorhin schon gesagt. Das ist richtig dumm, Mann. Vielleicht muss ich einfach noch mehr Punkte hinkriegen, ne? Damit ich mehr... Ah, mit 80 Punkten, okay. Ich hatte 73. Okay, fangen wir diesmal bei den Augenbrauen an. Was? Das ist gemein, ey. Das wird doch nix, Chad. Das wird ja sowas von nix. Nein. Nein. Ja, so ungefähr. Oh, nein, nein. Ich hab falsche Taste gedrückt. Wow. Das wird ja gar nix. Das wird nix. Das wird nix. Bisschen verschoben, aber... Hätte ich den Bart nicht aus Versehen mich verklickt? 63, scheiße. Die 80 ist ja unmöglich, Chad. Habt ihr hier mal 100 geschafft? Oder was war euer Rekord hier? Hab 101 geschafft. Das ist ne scheiß Lüge. Okay. Das Ohr. Okay. Das Ohr. Zuh? Nein, der 3 wird nix, doch der 3 wird's, wenn du nicht 3 ist, dann wirst du ein 3. Die Augenbrauen werden jetzt schwierig. Ich habe die Augenbrauen. So, ich hab's. Ich sag 83. Woah! Oh, ja! 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 Nicht schlecht. Fünf Punkte mehr als beim letzten Mal. Warum nimmst du nicht die Gumba-Augen? Ich muss Mario basteln, nicht Gumba. Ich hab mal echt einen guten Mario gemacht. Aber es zählt nicht. Hab unironisch nicht den Fehler erkannt. War 76%. Vielleicht hast du die Augen vertauscht. Vielleicht hast du das linke zum rechten gemacht. Ich merke grad auch die Augenbrauen hab ich falsch rum gemacht. Ich hab die falschen Augenbrauen genommen. Die lange Seite der Augenbrauen nach innen, nicht nach außen. Ich hab's genau andersrum gemacht. Ich hab die Augenbrauen nach innen, nicht nach außen und nach außen und nach außen und nach außen. Ich hab' den selben Fehler nochmal gemacht. Ich hab' den selben Fehler nochmal gemacht. Ne, es wird über 70. Vor allem die Nase, ich weiß nicht, ist die auf allen Seiten gleich? Also könnte ich sie jetzt theoretisch nochmal um 880 Grad drehen, das wäre eine andere Nase. Das war's für heute. Ah, ich glaub der Mund war zu... Nee, nee, Mund muss gut sein. Die Augenbrauen ein bisschen kacke, aber... Ach, dich, Kiddo! Die, 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 die. Okay, wir fliegen. Völlig losgelöst! So, Leute, ich hab keinen Bock auf das Pilzkönigreich. Lass dich abhauen. Ja, hier läuft keine Musik. Die Sterne sind alle, die Monde sind alle... Oder ein Großteil davon sind irgendwie nur recycelte Scheiße von Bossen, die wir schon kennen. Ich weiß nicht, ob das hier meine Lieblingswelt sein wird. Es ist ganz cute, dass es dieses Super Mario 64 ist. Aber ich hasse Super Mario 64. Deshalb hab ich da keine nostalgische Connection. und sitze da und denke mir, boah, geil, Mann! Deshalb gehen wir in Mondland. Hätte ja null Bock, 500 zu sammeln. Ich schon. Ich hab richtig Bock. Ich bin super motiviert, alle 500 zu sammeln. So, Mondland. Das ist bestimmt spaßiger, ne? Weil man hat hier so... So schwere Losigkeit. Ne, ich war noch nicht auf der finsteren Seite. Hab gestern die 999 gemacht, du bist so eine Legende. Abgo, ne? Ich hab's den Haarweil. Wupp. Gial! Wupp! polynomia eater- Hab ihn. Nummer 1. Ich sehe schon gleich, wie er 20 Mal vom Mond fällt. Der Mond ist keine Scheibeopfer. Das ist eine Kugel. Da kann man nicht runterfallen. Was macht Luigi hier? Ich weiß nicht, ob wir hier lange auf dem Mond bleiben können, Leute. Vielleicht gehen wir hier mal nur rein, machen einen Mond und hauen wieder ab. Weil, ich sage es wie es ist, aber ich glaube, ich werde bei dieser Musik einschlafen. Die ist viel zu cozy. Und ich habe keine Windel an. Das wäre perfekt. Warum gibt es auf dem Mond eigentlich mehr als einen Mond? Und, naja, es gibt ja kleine Monde, es gibt große Monde. So ein Neptun hat irgendwie 500 Monde. Also, wieso kann ich einen Mond da auch Monde haben? Wieso nicht? Wieso nicht in einer Fantasy-Welt? Und wenn schon in der realen Welt Planeten so viele Monde haben, wieso nicht dann auch Monde? Monde, hm? Vielleicht solltest du dich loslösen. Von der Welt, die dir indoktriniert wurde, von Schule und Gesellschaft. Und dich mal ein bisschen öffnen für ein bisschen Kreativität. Wer bist du denn? Ist das so ein Cooper Race? Oder will das, was ich malen hier? Ja, let's go. Okay, ich muss malen. Okay, da hinten am Hügel, außen an dem Krater vorbei. Hier an der Spitze und da. Okay, ich bin geschafft. Ich bin geschafft. Ja, da eine kleine Kurve am Ende ein bisschen gezogen. Die war ein bisschen kacke, aber... 80 Punkte sind 80 Punkte. 81 Punkte sogar. Okay, nice. Weil du das gerade gesagt hast, dass der Mond keine Scheibe ist und du im nächsten Satz sagst, wir sollen uns loslösen von Gedanken der Gesellschaft. Ja, aber das ist ja was anderes. Das ist ja was anderes. Das eine ist Kreativität, das andere sind Fakten. Hui, schade. Ich hätte den Duck Jump machen müssen, ne? Die Sonne ist eine Scheibe. Boah, das wäre echt eigentlich cool, wenn die Sonne so eine Scheibe wäre, ne? Einfach so eine riesige, brennende Weltraum-Frisbee. Das wäre crazy, oder? Ich habe das Metroid Prime Remaster hier im Stream gespielt, ja. Hab's! Nee. Fußball ist nicht cool, aber Frisbee. Da sind wir schon müde von der Musik, Chad? Da hinten komme ich rein. Not gonna lie, ja. Das hat sich ganz heiß, doch. Ich glaube, man könnte das auch sich so irgendwie zum Einschlafen anmachen, oder? Also nicht jetzt, aber irgendwie, wenn man im Bett liegt oder so. Und dann irgendwie einschlafen will. Kleinen Nap machen oder so. Das so nebenbei anmachen. Aber stimmt, wir können Musik ändern. Ich habe ein Radio dabei. Wieso bin ich so schlecht? Ach, da stirbt man. Okay, Chad, wir machen ein Radio an. Ähm... Das ist so viel geiler. Okay. Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka. Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka. Schon wach. Direkt Bock. Die Immersion! Ja, der Song heißt über den Wolken und wir sind ja quasi über den Wolken. Der ist da oben, ein Hase. Ein Weltraumhase. Höh, Stein. Ich muss ihn von viel höher runterwerfen, ne? Bestimmt von hier. Ich springe noch auf seinen Kopf. Und dann slamke ich den Ball. Junge, einfach Bane aus Batman als Oktopus. Okay, ich dachte, er gibt vielleicht noch einen Mond oder so. Du, 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 du. Die Erde wurde von Michael Bay erschaffen. Die geilen Lensflares. Ab ihn. Der war ja viel zu einfach. Normalerweise sind die Hasen voll anstrengend, aber der war ja, der war ja mies dumm. Ein dummer Hase. Auf dem Mond denkt man wohl auch langsamer. Kreisetipp, anrempeln. Bist du schon mal gesprungen? Hast du dir gedacht, du würdest gerne etwas weiterkommen? Dann probier mal das. Drück in der Luft. Und dann rempeln. Okay. Achso, das. Das, ja, okay. Das war in 3D-World wichtig. Okay, jetzt einfach nur ein Spot, um den Ding jetzt anzuschauen, ne? Ja, unser Planet ist echt schön, oder, Chad? Aber wir machen ihn kaputt. Wir machen ihn kaputt. Ich habe heute TikTok geöffnet. Okay, wir müssen Musik wechseln. Für traurige Zeit. Ähm. Haben wir irgendwas Trauriges? Ich glaube, bei Audis, die gibt nichts Trauriges, ne? Zu Clio. Dankeschön für 13 Monate. Oh, es gibt doch Pilzpalast. Wäre wild, wenn Käppi das auch gesagt hätte. Äh. Habe heute TikTok, äh, geöffnet. Habe einen, einen Top gesehen. Und direkt die App geschlossen, weil ich schlecht dadurch gelaunt geworden bin. Weil ich habe einen Beitrag gesehen zu, äh, Tieren, die innerhalb der nächsten paar Jahre aussterben werden. So Prognosen von Tieren, ähm, wie viel es noch davon gibt. Und was die Prognose ist, wenn es so weitergeht, wie es jetzt geht mit denen, wie lange die noch leben werden. Ja, das war nicht so sick. Und da waren, da waren so Tiger dabei. Und Pandas und Elefanten. Und die haben alle so süß geguckt. Und Imagine-Chat, wenn ihr irgendwann Kinder habt, werdet ihr euren Kindern Bilder zeigen von Tieren und sagen, die gab es früher mal. Als wären das so Dinosaurier. Werdet Kindern über Tiger und Elefanten, denen das so erzählen, als wären das fucking Dinosaurier, Alter. Ich habe gestern auch sowas gesehen. Schmerzt. Der gibt bestimmt. Mond! Schade. Mond! Schade. Auch keinen. Sowas triggert meine Angststörung. Kinder bekommen, oder was meinst du? Damals Dodos und jetzt Tiger. Oh, Sphinx. Rätsel. Rätsel. Okay, Quiz. Sein Gegrüß. Welche Art von Blumen hat der Reisende, der Mario-Reisende, der Peach-Braut, dargeboten? Eine Piranha-Pflanze. Mario, hat dir Blumen geschenkt? Mario? Nee, wie bei Fortnite? Dann war es ein Raketengewächs, weil das wächst ja auf dem Mond. Okay. Steff, danke für 36 Monate. Brauche ich zwar nicht, aber es ist irgendwie Satisfying. Boop, 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 boop. Nur eine Frage diesmal. Noch eine, oder? Welche Tiere finden sich nicht in diesem Land? Schafe. Schafe. Das hat mir nichts gebracht. Die Objekte, die vom Himmel fielen und über alle Länder verstreut werden. Welchen Gesteins? Mondgestein. Wo befindet sich der Geheimgang zum Hochzeitssaal in diesem Land? Unter der Glocke. Da war ich. Richtig, aber hast du das wirklich gewusst? Ja, da war ich. Ja, da war ich. Du hast nur vorgegeben, das zu wissen. Nein. Du vorge... Ich bin kein Vorgeber. Ich hab das auf Band. Ich bin letzte Woche da hochgeklettert. Arschloch. Wie bin ich in dieses Land gelangt? Rakete. Der kann sich doch nicht warpen, oder? Luftschiffssegel. Aber wie? Kann ich mir geraten. Wahrscheinlich kann man in irgendeinem, äh, in irgendeinem, auf irgendeinem, äh, in irgendeinem Level, ähm, mit diesem, da, mit dieser Aussicht-Ding, wahrscheinlich Sebi-Sphinx, äh, mit so einem Segel fliegt. Und dann guckt man so hoch und dann, oh, da fliegt sie, ja, wow. Du hast es sogar schon gesehen. Ja, aber ich hab ein Gehirn. Was nicht so funktioniert, wie ein menschliches Gehirn funktionieren sollte. Vergiss das mal nicht, ja? Unterschätzt das mal nicht. Hm, 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 hm. Da war ich nicht. Biaco! Was ist denn los? Was liegst du da? 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 Er bewegt sich nicht. Hebe! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Hier, ne? Moment, wo bin ich? Ich wollte unten sein. Nicht oben. Aber hier gibt's bestimmt was, oder? Schade. Ach so, das ist wieder nur so eine Position für die Kamera. Und dass die Kamera sich fokussiert, und man sich das anschauen kann und sagen kann Wow! Miyamoto hat ein Schloss gebaut. Das aussieht wie eine Kirche auf dem Mond. Was leuchtet denn da oben? Ach, das ist der Mondstein. Flieg und Sieg. Ich bin angekommen. Es funktioniert auf jeden Fall. Also für Speedruns wisst ihr Bescheid. Das geht. Oh, oh. Oh, oh. Endlich wieder gute Musik. Endlich wieder Schlafmusik. Wen gehört eigentlich der Mond? Den Amerikanern oder doch den Russen? Äh, war nicht Till Lindemann zuerst da oben? Oh, wow. Oh, wow. Erster, wer zuerst den Mond anleckt, dem gehört's. Die Frage ist, hat... Haben die Amerikaner oder die Russen den Mond angeleckt? Wenn nicht? Das könnte eure Chance sein. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Man kann doch bestimmt irgendwie, ähm, die Mond, äh, Erde, das klingt so komisch, aber den Scheiß hier, der auf dem Mond ist, kann man doch bestimmt irgendwo, der ist doch bestimmt irgendwo auf der Erde, von den Leuten, die auf dem Mond waren, bestimmt irgendwie. Irgendwo gibt's den schon auf der Erde, oder? Irgendwo eingesperrt. Ja, so Mondgestein, Mondsand. Und den musst du ablecken. Dann gehört der Mond dir. Musst du halt da irgendwie rankommen. Und dafür musst du nicht mal auf den Mond fliegen. Du bist so schlau. Die Leute, die das U-Boot gebaut haben, wollten auch ins Weltall. Schade, dass es mit dem U-Boot-Abenteuer so endete. Sonst hätten wir noch vielleicht ein Weltall-Abenteuer gehabt. Ja, mir fehlen noch viel zu viele Monde. Ich bin noch nicht mal bei 400, glaub ich. Aber, Chat, ihr könnt derjenige sein, der mit dem Logitech-Gamepad auf dem Mond fliegt. Wer bist du denn? Wer ist der denn, Alter? Okay. Nee, ich hab bei keinem Spiel da nur Prozent gemacht. Ich mach immer die Kegi-Prozent. Jetzt besitzen doch Leute Mondgestein. Und bestimmt hat er ihn schon mal geleckt. Meinst du? Er ist auf diese Idee gekommen, dass es diese Leck-Regel gibt? Dummes Ding. Weih, 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 weih. Leute nehmen alles womöglich in den Mund. Würde mich nicht wundern. Ja, das muss man jetzt herausfinden. Wer hat den Mond angeleckt? Das wird auch ein interessantes Video, oder? Für YouTube irgendwie so? Das zu recherchieren und herauszufinden. Wer hat den Mond angeleckt? Neues MrBeast-Video. Nee, MrBeast-Video wäre, wäre eher, äh, ich habe eine Million Dollar, äh, Leuten angeboten. Und hab gesagt, wenn sie, wenn sie den Mond anlecken, dann kriegst du eine Million Dollar. Habt ihr was gehört? Eine Million. Das wäre ein MrBeast-Video. Goppy! Hey, A-Tracks! Was geht ab, man? Danke, 44 Monate. Hast du schon Peach auf dem Mond gefunden, oder muss man die nicht suchen? Ich habe sie noch nicht gefunden. Ich laufe hier rum, aber vielleicht ist sie da drin, in diesem kleinen Ufo. Ich glaube, ich baue hier eine Sniper-Rifle, ne? Dann kann ich das Ding abschießen. Kannst du vor der nächsten MrBeast-Nachahmung Bescheid sagen, dass ich meinen Ton runterstellen muss? Ja, das musst du ja schon generell wissen. Sobald du MrBeast hörst, musst du direkt alles leiser stellen. Ich krieg das Ding. Diese dumme Scheißvieh. Hä? Ich brauche ja wirklich eine Sniper-Rifle. Der kann auch in die andere Richtung fliegen. Ob Mario sich dann in die Sniper verwandelt? Oho, stark! Jetzt war ich sehr nah dran. Wenn ich die Kamera wegdrehe, ist er wieder da? Nee. Ist er nicht. Scheiße, du hast recht. Okay, das geht nicht. Jorgon! Dankeschön, neun Monate. Vielleicht muss ich als Frosch zu ihm gehen. Vor Fröschen hat er keine Angst. Ach, du bist unter mir, Björko. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, guck mal, guck mal. Zack, lass! Komm, Zack, lass! Zack, lass! Zack, lass! Zack, lass! Zack, lass! Er wollte nicht reden. Ich hab geschüttelt, geht nicht. Geht nicht. Jetzt sucht mein Kater nach deinem. Ja, lass uns ein Wettrennen machen. Wir sind die Ländersprinter! Ja, cool! Ja, cool! Ja, cool! Ja, cool! Ja, cool! Ja, cool! Nein, ich will nochmal! Da kommen wir noch easy rüber, oder? Ja, cool! Ja, cool! Danke! Den will ich die ganze Zeit machen! Er ist nicht gesprungen! Ich glaube, ich komme aber nicht rüber! Ich glaube, ich komme nicht rüber! Ich muss den normalen Weg laufen! Ich muss den normalen Weg laufen! Ich probiere ja schon so rum für den nächsten! Ich gebe ja mal zwei Rennen! Und der nächste ist ja schwieriger! Und dann wollte ich schon mal den schwierigeren Weg suchen! Äh... Ja, ja! Und nicht den langweiler Weg! Ja, okay! Ja, okay! Ja, okay! Ich lasse das Schütteln! Die beschissenste Erfindung von Nintendo! Dass man schneller wird, wenn man schüttelt! Löscht euch Nintendo! Ja! Sieht in der komischen Camp besonders gut aus! Ja! Ficken, ne? Runterholen! Sex! Haha! Pimmel! Den zweiten schaffe ich mit dieser Route nicht! Weltrekord ist 30 Sekunden so lang? Das ist doch ein langer Weg, oder? Ja, aber... Keine Ahnung, Mann! Die Nintendo Switch-Jonger sind doch alles Ultra-Freaks! da gibt's ja irgendwie so einen Glitch in der japanischen Version, weil... dann läuft die zwei frames langsamer und durch diese zwei frames langsamer kann man dann sich irgendwie so boosten und dann fliegt man über die ganze map oder so und dann fünf sekunden plötzlich geht da noch irgendwie die die konsole auf dann kann man irgendwelche cheats eintippen oder so wie bei mongeos mars ganzer speedrun besteht nur darin in der konsole zu sitzen oder so ok gibt es drin noch irgendwas da war ein speedrun blumen ich rolle schneller das schnelle rollen das reicht schon als ob man da rein kann wow kann ich das ich würde es nicht noch mal machen ich würde ich würde es nicht noch mal machen kann ich nicht mehr raus da bekommst du kein achso schickkeit ich bin gesoftlockt muss dich umbringen ok warte ich halt luft an warte ich bin warte ich bin warte ich bin warte ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Super unübersichtlich, diese Welt, hasse sie Oh, da ist ein Mond Der ist ultra-random Ja, so wie alle 90 Äh, wie 90% aller Monde, ne? Komplett random So, gehen wir da nochmal kurz rein Kurz schauen, was hier war Weiß nicht mehr, was da war Guck mal, hier ist doch schon direkt was Wenn du dann bist, erstmal Mario Tier List die mache ich ja nach jedem Mario. Ordne ich sie in der Liste ein. Mario Odyssey ist momentan auf Platz 3. Äh, das war halt nicht mein Plan. Ich sag's wie es ist. Äh. Ich bin fertig mit dem Mond. 97 noch Leute. Schaffen wir easy. Äh, ich wollte gerne mal nach Cityland. Da ein bisschen erkunden. Das war doch ne coole Welt, oder? Ja was auch immer. Der Paul ey. Der Paul. Wie cool wäre, dass jetzt nur noch ein Mond übrig wäre. Ne. Wir haben erst 17 Uhr. Wir brauchen ja noch ein bisschen. Wir brauchen noch ein bisschen Content. Boah, nicht schon wieder ne langweilige, äh, Einschlafmusik. Schnell weg hier. Content haben wir im schweren Level. Ja, da brauche ich ja nicht so lange denke ich. Stunde. Oh, da ist direkt schon einer. Das macht der nicht. Erst 17 Uhr hittet anders, wenn man, äh, seit weniger als zwei Stunden wach ist. Wie verkatert bist du? Bestimmt gestern mies gefeiert. Hör eigentlich auch mit der Scheiße und geh ins Gym. So. Scheiß auf Saufen. Scheiß auf Frauen. Gehen wir ins Gym. So. Seilspringen machen wir nicht. Haha. Okay, was will er für ein Song? Vielleicht kannst du mir helfen. Ich suche Musik, die zu einem bestimmten Thema passt. Dieses Thema heißt, Moment, dreh den winzigen Motor auf. Zylindrieren. Zylinder sind im Motor drin. Das ist es, ne? Robo-Heiden. Das ist es. Okay, aber nicht. Kaffee, Tag, Festival, Blubberstrand. Theoretisch könnte ich den Song noch gar nicht haben, oder? Boah, Pisten-Kombo. Äh, Pisten-Eingang. Flucht. Da werden meine Motoren aber richtig aufgedreht, Mann. Gefällt ihm nicht. Vielleicht der Mecha-Wiggler oder so? Noch einen anderen. Ich hab noch einen anderen Mecha. Chef-Kock. Zappo-Drock. Robo-Brutkampf. Hier ist es. In Bewegung. Das klingt nach Motoren. Ja, der ist echt wählerisch. Rennen. Ja, dann fick dich doch. Weißt du was? Fick dich. Hallo, dankeschön für 13 Monate. Mario? Nee? Soll ich bei Fortnite? Nee? Ein Mond, den ich bis heute nicht habe. Nee, den Seilspring-Mond. Der ist aber auch echt assi. Der ist aber auch echt assi. Ja. Hey, Lavaherz. Es geht ab. Da im Schrott. Oh, den hab ich schon. Okay. Hier können wir bestimmt noch einen, ne? Nee? Da war ich sogar schon. Da ist ne Fahne schon aktiviert. Aber da unten! Okay. Was geht ab, Nikolai? Alles Gute. Nachträglich. Alter, das Mario-Bild unten. getrunken. Det, det, dett, 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 dett! Oh, da! Röhre! Oh! Das wird cool. Moppet-Level. Geil! Ja, ich muss erstmal in die Steuerung reinkommen, okay? Ja, ich muss erstmal in die Steuerung reinkommen. Ja, ich muss erstmal in die Steuerung reinkommen. Ja, das ist gar nicht so ein bisschen. Das war der Bonusmond. Ich kann die einfach überfahren. Das war der Bonusmond. Führerschein her, bitte. In der realen Welt steuert sich ein Auto nicht wie das Moped hier in Super Mario Odyssey. Sag einem, dass du keine Ahnung hast von Autofahren, ohne einem zu sagen, dass du keine Ahnung hast vom Autofahren. Ja, exposed. Boah, ich bin wieder fast vorbeigewaannn. Aber ich hab ihn. Das ist das Wichtigste. Ich hab ihn. Ein Auto ist aber auch kein Moped. Ja, das ist egal. Wenn du einen Autoführerschein hast, darfst du auch Moped fahren. Ich bin sogar schon mal Moped gefahren. Das war geil. Der war aber nur auf 30 gedrosselt. Oder 25 oder so. War ganz geil. Münze, Herz. Münze, Herz. Münze, Herz. Ist halt Moped. Mehr schafft das Ding auch nicht. Ja doch, das hätte wahrscheinlich mehr gekonnt. Aber es war halt gedrosselt. Weil das war das Moped von meiner damaligen Freundin. Und die durfte nicht schneller fahren. Oh, hier. Das Casino, den kann man schießen. Krass. Ich bin mir ziemlich sicher, man kann sehr viel hier cheesen. Aber kannst du im Real Life das Casino cheesen? Das ist die wichtige Frage. Guck mal, die klatschen alle. Das kennen nur die OG-ler. Von früher. Nur Boomer kennen dieses Secret hier, ne? Nur Boomer wissen, dass man in die Röhre kann. sabe. Do,gen看到ies, das war es lustigt. Perderippe, da Film erlä. Perderippe, da Film erlä. Perderippe, da Film erlä da Film erlä. Beassing. land im vanemblaen. Na Selbstverständlich. Beervoll. Aber der Film erlä. Aber der Film erläut. Und ich vor war Lass Volvo. Deine, eine Person zu schießen. Erlä muss Lego. Du mit deinen passiv-talkischen Reaktionen. Äh, sag mir, dass du einen aufs Maul haben willst, ohne mir zu sagen, dass du einen aufs Maul haben willst. So behandelt er seine VIPs. Ja, die wollen ja so behandelt werden. Das ist ja der Grund, wieso sie überhaupt VIPs sind. Ich bin 13 und checke die Mari-Maker-Anspielung. Stark. Stark, ich stark. Komm doch her, ich hetze den Husky auf dich. Wieso willst du, dass dein Husky Menschen umbringt? Wieso willst du... ...deinem süßen, lieben, tollen Hund sowas antun? Schwach von dir. So, dann gibt's noch einen, ne? Ja, da oben. Nur dich erschrecken? Erschrecken, weil er so... ...weil sie so unfassbar süß ist? Das funktioniert bei mir nicht. Diese Erschreckung habe ich jahrelang jeden Tag von meinen Katzen bekommen. Ich bin resistent. Boop, 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 boop. Hier trainiere ich immer, Alter, der Chat. Der Chat. Ich habe sein Training nicht bestanden. Das hier im nächsten Ninja Warrior. Das wäre doch cool, oder? Junge, wie schnell er hin und her will. Was ist denn das Lied, Mann? Okay, ich habe es gesehen. Man muss weiter hoch. Jeder zweite Chatter sammelt hier Ninjago-Karten. Karten? Waren Ninjago nicht so kleine Figürchen? Mond, da ist er. Bionicles. Ich glaube, die Ninjagos von heute waren früher diese... Warte, also, oder habe ich unter Ninjago etwas Falsches im Kopf? Ninjago... Nee, tatsächlich, das sind Bionicles. Ich habe irgendwie an Dingets gedacht. Nee, Moment, das sind die hier. Das sind irgendwelche einfach Lego-Figuren. Ich habe den hier gerade gesehen. Ich dachte, das ist so Bionicle-mäßig. Aber das ist einfach nur Scheiße. Das sind die kleinen Lego-Figuren. Ach so. Ja, ist schon klar, dass Ninjago nicht Bionicle ist. Aber warte, ähm... Ich hatte immer im Kopf gedacht, Ninjago ist sowas wie... Es gab früher diese kleinen Figuren. In so allen möglichen bunten Farben, die man immer so werfen musste. Die hatten so Gesichter gehabt. Gugus? Genau, genau, genau die. Und ich hatte irgendwie gedacht... Also, ich habe mich noch nie was mit Ninjago beschäftigt. Und ich dachte, Ninjagos sind das hier nur von heute und von Lego halt. Aber wie es aussieht, Ninjago ist was ganz, ganz anderes. Ninjago ist einfach nur Lego... Lego Ninjas. Lego Samurais. Hey, es geht mal, es geht ab. Dankeschön für Tier 3. Sehen aus wie Gummitiere. Nee, die kannst du nicht... Die sind nicht weich. Die sind hart. Die sind so hart wie Happy-Hippo-Figuren. Ja, ja, in Ninjago gibt es eine Serie. Das Franchise ist ja riesig. Das Ding ist riesig. Woher kennst du Gugus? Ich hatte halt früher als Kind ein paar davon gehabt. Also, keine Ahnung. So eine Handvoll hatte ich gehabt. Vielleicht waren es auch keine originalen Gugus. Aber wir haben sie immer Gugus genannt. Und die sahen halt auch so aus wie die hier. Die Gugus habe ich auch noch. Stark. Es gab ein Game dazu. Crazy Bones. Go, go crazy. Und jetzt, Chat. Jetzt, Chat. Haltet euch fest. Haltet euch fest, Chat. Wisst ihr, was wir für eine Go-Go-Version in Kasachstan hatten? Wir haben auch sowas wie Go-Go's gehabt. Und da haben wir die auch so gespielt. Deshalb, als wir dann nach Deutschland gekommen sind, hatte ich die gerne gesammelt, weil mich das so, ja, an dieses Spiel erinnert hatte. Da haben wir aber mit echten Knochen gespielt. So Knochen, die dann irgendwie Papa und Mama, die dann richtig sauber gemacht haben. Und dann hatten wir so viele Knochenstücke, so von Hühnern oder sowas. Weiß ich, ob das Hühner waren oder irgendwelche Gänse oder sowas. Und dann hatten wir so richtige kleine Knochenstücke gehabt, die dann richtig sauber gemacht wurden und so. Und dann immer so geschüttelt und geworfen. Und wenn die dann irgendwie so standen, richtig oder so. Oh, gewonnen! Nein, wir haben keine Rituale damit gemacht. Aber wir hatten halt nichts anderes, ne? Was war das? Oh, shit. Okay. Mario! Wie beim Fortnite? Nein! Ach du Scheiße. Nein, von TikTok! Junge. Hier ist aber schon was drunter, oder? Ich bin kein Opa. Das hat nichts damit zu tun, dass ich arschalt bin. Aber das war halt das Leben dort. So, komm mal runter von deiner erste Welt, ähm, Trip, Junge. So ist das halt in manchen Ländern. Da hat man keine Spielzeuge. Da musste man sich Spielzeuge selber basteln. So, und das waren dann Knochen. Ein ordentlicher Lachanfall würde mal wieder guttun. Jetzt einen lustigen Clown, das wär's. Okay. Der ist kein Opa, er war ein Kult-Anführer. Gibt er mir irgendwas? Ich dachte, er gibt mir einen Stern oder so. Äh, Mond. Also, wenn du die Gokos kennst und als Kind hattest, musst du ungefähr so alt sein wie ich. Ja, ich bin 23. Oha! Der Raid einfach. Der ist Omega von Final Fantasy. Du hast es geschafft, Alter! Als ob. Du Legende. Glückwunsch, Mann! Wie lange hat's gedauert jetzt? Nach 90 Runs oder so. Stark. Aber Glückwunsch, Mann! Da ist er! Ist er! Der Vogel! Hab ihn! Kecky war das seltsame Junge in der Schule, der Knochen gegen Gokos tauschen wollte. Ich hab in der Schule keine Knochen gehabt. Ich bin erst hier zur Schule gegangen und als wir hier waren, waren wir dann auch so, wie jeder hier in Deutschland, super reich. und dann hab ich echte Gokos gehabt. Die Knochen seiner Mitschüler! reich, sagst du. Ja, für uns damals war das hier Reichtum. Einfach vom Staat mehr Geld bekommen als dort im ganzen Jahr. Im Monat. Hier vom Staat mehr Geld bekommen als dort Geld im ganzen Jahr, Alter. Also ja. Das war für uns ein bisschen Reichtum. Junge, ich dachte kurz, Wieso ist der Mond hier? Das ist mein Ballon. Ballon! War ich schon mal hier drin? Nee, aber irgendwann. Okay, ich werd bombardiert. Oh, das ist kein nichts zum Klettern. Oh, warte. Warum stehst du so oft das Wort Ballon? Ja, weil Titten! Puck! Keine Ahnung, Mann. Hallo? Ja, jetzt hier so komische Emojis posten und Smileys posten und Emotes posten, ne? Aber nebenbei einen zweiten Tab offen haben von seiner Lieblings-Streamerin, die da ins Ohr schmatzt. Wo ist denn der zweite Mond? Oh Leute, da hinten ist etwas. Oh Leute, da hinten ist etwas. Ach ja, ich muss erst die Mütze abziehen und dann übernehmen. drauf zu liegen. Na ja, ich, ihr verdient schon die ganze, die ganze Werbung von Onlyfans, die ihr hier bekommt, wenn ihr den Stream hier schaut und die, die euch beschwert, die verdient ihr schon zurecht. Oh, ich! Ich bin ein kurzer Bwin. Oh, ich bin ein kurzer Untergang geworden. Oh, ich bin ein kurzer Bwin. Oh, ich bin ein kurzer Bwun. Mh, 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 mh. Deschke ist also dein ASMR-Wash-Mud-Streamer? Okay. Den hast du gerade nebenbei offen. Moment, kann ich das Taxi übernehmen? Okay. Äh. Ich bin in die Slums gefahren oder so. Ja, Taxi explodiert. Ja, gleich kommt Bowser. Riesiger Katzen-Bowser. Ja, wie ist es? den hier ich denke mal wir steigen mal hier kurz aus nur was lolski da unten ich habe ja unten einen übersehen schitto aber wo ist der zweite der bonusmond der versteckte da oben ist halt so ein dach wo nichts drauf ist ich weiß nicht ob da mal ein panzer drauf stand und deshalb sieht das so komisch leer da oben aus oder da ist wirklich irgendwie ein versteckter mond brah ihr seht ihn oder habe ich ihn schon gesammelt und ich habe es vergessen ich meine nicht den die gelbe banane oben ich meine den zweiten mond das ist ja ein sub-raum hier wo ist er denn vielleicht da um die ecke ich habe ihn gesehen ich denke du hast ihn nicht gesehen ich denke du hast genauso wie jeder andere die gelbe banane gesehen um die es mir aber gar nicht geht um die es mir gar nicht geht wo ist kazooie gerade war er noch hier aber immer noch nicht da wird auch also Heeeh? gerade war er noch hier oder so hier drunter unter der brücke nene oder kann man hinter der gelben banane noch weiter laufen geht es da noch rein geht es da noch rein nein da geht es nicht rein er wie gut ist er da bitte versteckt oder gibt es hier keinen zweiten chat aber muss doch ist abraum vielleicht muss ich die brücke ganz bauen dann spawnt er wo ist kasu wo ist kasu also wenn er wirklich irgendwie da in den ecken ist wo man nicht also wo die kamera nicht mitdreht das wäre wirklich ekelhaft ich glaube ich brauche einen tipp chat da oben ich habe ihn ich habe ihn junge ja deshalb ist das dach so frei der spawnt er dann einfach noch weiter oben als der echte mond hat wirklich ich habe die ganze zeit nach oben geschaut aber das ist da oben so dunkel das habe ich gar nicht erkannt dass da blöcke sind kasui gefunden alles wieder gut man sieht mario war bei mario kart dabei raser raser creeper oh man ich konnte auch nie was damit anfangen aber ich kette ich kette es aber ich konnte selbst damit nicht so viel anfangen ich kette gar nichts okay hater ich mag aber auch keine sm 64 ich bin verloren ich habe ja keinen hut ne äh nein ich ja ist ps1 kiddie halt hätte ich die wäre ich mit der super mario 64 aufgewachsen äh mit der super mario 64 meine lieblingskonsole wäre ich mit m 64 aufgewachsen dann würde ich wahrscheinlich auch banjo kazooie und sm 64 mehr enjoyen können da muss ja noch hoch ab und da Ich hab keinen Hut, ne? Ja, das ist ein Muscle Memory. Ich will dann immer Mützensprünge benutzen. Das ist wie Gehirn. Schau, Pupi. Pupika, 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 Pupi. Kurz überfordert. Ich vergleiche immer für mich die Liebe von so vielen Leuten zu Super Mario 64 immer mit meiner Liebe zu Oddworld. Das sind Spiele, wenn du es heute spielst, wirst du es auch richtig scheiße finden. Also es ist Oddworld schlecht. Es ist halt nicht gut gealtert. Die Steuerung und so ist halt echt nicht so geil. Und ich hab mich halt mit dieser komischen, weirden Steuerung abgefunden von Oddworld. Weil ich halt so oft das gespielt habe in meiner Kindheit und über die Jahre und so. Dass wenn ich jetzt heute spiele, ich damit kein Problem habe. Aber wenn halt irgendjemand, der das nicht kennt, heute spielen würde, würde er halt die Steuerung super scheiße finden, super unspaßig und dementsprechend das Spiel auch nicht so enjoyen. Und so ist es bei mir mit SM64. Ich komme halt mit dieser Steuerung absolut nicht klar und das nimmt mir halt den Spaß. Das nimmt mir dann halt den Spaß. Das Remake war shit, oder? Ja, es war weird. Es hat halt nicht mehr diesen Vibe von früher irgendwie. Also das erste Remake kann man spielen. Würde ich wahrscheinlich auch Leuten, die das Original nie gespielt haben, wahrscheinlich über dem Original eher empfehlen. Das Remake. Weil das wird man wahrscheinlich eher spielen können. als das auf der PS1. Aber der zweite Teil ist halt super weird. Der zweite Teil ist halt kein Remake, sondern es ist halt eine Reimagination, Digga. Oh, der ist ein Mond einfach. Der ist halt ein komplett neues Spiel. Das hat dann auch so komische Story und so. Äh. Story. Story. Sagst du, es ist würde ich eher OG spielen. Ja, das OG Oddworld hat schon auf jeden Fall mehr Charme. Das auf jeden Fall. Und das sage ich nicht wegen Nostalgie. Einfach wegen dieser sicken PS1 vorgerendeter Optik und so. Und das äh, Remake sieht halt aus, ja, wie irgendein irgendein düsteres Unity Jump'n'Run, Alter. Keine Ahnung. Sieht halt nicht mehr so viel Charme irgendwie. Was ist eigentlich mit dem Ball hier? Muss ich das irgendwo hinschießen? Boopoo. Wie gefällt die Odyssey? Platz 3 in meiner Mario-Tierlist. Da war Omega, ne? Der wird gerade nicht richtig gespawnt. Oh nein! Oh nein! Komm schon! Komm schon! Mit Wutwurf! Äh! Äh! Platz 2 ist SMW, Platz 1 ist Bowser's Fury. Das war der random fliegende Mond, oder? Ne. Der ist über einer Leine. War nicht irgendwo hier gerade so ein random Mond? Oder vielleicht ist das der Mond, der so random aussah, weil die Stromleitung nicht geladen wurde. Äh! Ja, Bowser's Fury war super nice. Das war ich liebe den Ansatz von Bowser's Fury. Mit dieser offenen Welt. Das war schon sehr, sehr cool. Ach so, der Mond, den ich gerade geholt habe, das war der Mond, der so random in der Luft hing. Ja, den habe ich gerade eingesammelt. Ja, ja, das war der. Und den habe ich ja jetzt mit der Brücke geöffnet. Ja. Hey, Mario, freu mich zu sehen, zu einem Web. Gib mir den scheiß Mond und verzieh dich. Warum ist der Peach? Ja, die geht jetzt auf Reisen. Äh, Selbstfindungsphase und so. Die will sich nochmal neu finden, herausfinden, wer sie wirklich ist. Bevor sie das Königreich wieder regieren kann. Das ist keine Midlife-Crisis. Sehe ich so aus, als würde ich gerade durch die Welt reisen? Nein. Ich bin zu Hause und ich bin mitten in meiner Midlife-Crisis. Sorry. Nein. Spotcut. Ich habe keine Mütze! Ich vergesse das immer wieder! Aber ich wollte eh nach oben. hat er keinen hat er keinen hat er keinen Mond? noch hat er weil er nicht so geleuchtet hat. War weird. War weird. Würde er es als Quarter-Life-Crisis bezeichnen. Na dann. Ist das besser? Ist das besser? ist das besser? Dieses Poster geht so hart, man. Ich lieb's. Äh, wo war die Puppe nochmal? Das wird nix, oder? Schade. Schade! Ja, New Donk City ist cool. Ich mag New Donk City. Das ist ne spaßige Welt. Also ich fühl mich dadurch nicht besser, aber man ist noch jünger als bei einer Midlife-Crisis. Gibt's ein festes Alter? Ab wo man, äh, offiziell erlaubt ist, in die Midlife-Crisis zu kommen? Ab 30, ab 44? Die Hälfte von deinem Todesalter. Aber das weiß ich ja nicht, wie alt ich werde. 45? Also hab ich noch ein bisschen Zeit, ne? Midlife-Crisis-Gatekeeper. Hab's doch. Okay, nice. Wenn ich jetzt in Midlife-Crisis wäre, sieht man aus, was? Wenn ich jetzt in meiner Midlife-Crisis wäre, sieht's mau aus mit dem U50 werden. Achso. Und was sind die, was sind die, ähm, Anzeichen für eine Midlife-Crisis-Chat? War ich da drin? Tritt vorwiegend bei Männern auf, ungefähr im Alter zwischen 40 und 55. Nice, okay. Alles gut. Chat, ich hab noch Zeit. Ich hab noch Zeit, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich hab noch, ich hab noch. Alles gut. Alles gut. Was ist aber, wenn man nie eine Midlife-Crisis hatte? Ja, dann stark. Dann hast du alles richtig gemacht. Ups. Ich hab noch zu. Der Mann spielt Videospiele, der sprüht nur so vor Glück. Oh, ich hab dich gegenseitig getötet mit Lifecrisis. Also ich hatte auf jeden Fall keine Quarterlifecrisis, das ist schon mal ganz gut, denke ich. Moment, da muss noch ein zweiter Mond sein. Drei Achtel Lifecrisis? Ist bestimmt oben irgendwo, ne? Ich hatte aber Anfang 23 hatte ich einen 100% Run in Crisis Core. Okay. Äh, sollen wir mal wieder zurückgehen und mal abchecken, wie viel ich so schon habe? Ja, ich bin einfach ein Maker. Ich bin einfach ein Maker. Nein, ich meine nicht als die 23 Jahre alte, sondern 2023. Also, letztes Jahr, Januar. Leute, wir sind fast fertig. Nur noch 68 Stück. Ich hab keinen Bock mehr auf New Donk City. Wir gehen woanders hin. Ähm... Boah, wisst ihr, wo wir hingehen können, Chat? Ich bin jetzt aufs Toilettenland. Ich muss mies pissen. Bis gleich. Mario, 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 Mario. Bowsers fetter Cock. Meint ihr, Bowser hat einen größeren Penis als Drake? Das wär schon ein Contest, glaub ich, ne? Nein, meinst du nicht? Niemals. Haha. Drakes ist riesig. Haha, ja. Ich fühle mich seit dem Leak von Drake meine Männlichkeit beraubt. Ich fühle mich nicht mehr wie ein Mann. Sag's, wie ist das? Ich fühle mich nicht mehr wie ein Mann. Hat er eigentlich schon was dazu gesagt? Weiß ich nicht. Ich war die letzten Tage nicht so viel im Internet. Der in diesem Raum versteckte Schatz ist dermaßen gut versteckt, dass dir bei der Suche deiner Augen nichts nützen. Ja, Vibration, ne? Halbe Seeschlange. Hab nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, wer das überhaupt ... Weiß man schon, wer das geleakt hat? Also, ob er irgendwie gehackt wurde? Ob das irgendwie eine Ex von ihm war, die das irgendwie geleakt hat? Weiß man das schon irgendwie? Ja, er wird's doch nicht selbst posten. Selbst selbst zu flexen. Hab's leider nicht gesehen. Auf Twitter ist das überall. Vor allem Jasu zu mir so. Ich hab's nirgends so auf Twitter gesehen. Und ich hab auch gesucht. Ich finde nichts. Ich geb in die Twitter-Suche einfach nur Drake und Leak ein. Das erste, was kommt, ist direkt das Video. Junge. Hab mich gefunden. Was ist denn hier los? Natürlich ist deine Timeline unschuldig. Natürlich ist sie das. So eine dreckige Lüge. Also, abgesehen davon, dass er Underage-Fans hat, die es sehen, finde ich es mies funny. Ja, aber diese Underage-Kids finden auch woanders ihren Porn. fucking Peter. Ja, aber von Drake... Drake hat's ja nicht selbst gepostet. So, was soll er machen? Wenn's halt irgendjemand geklaut hat. Und hochgeladen hat. So, was soll er machen? Ich denke mal, er findet's auch nicht so geil. Also, vielleicht. Aber die Woche war sowieso wild. Die Woche ist ja auch Dingens passiert, ne? Dieser... Auf Kick. Habt ihr das mitbekommen mit dem Scam? Von dem Rapper hier, von PlayboyCarty. Der so'n Deal hatte bei nem Streamer. Äh, bei Edin Ross. Hat er ein Deal gehabt, dass er vorbeikommt. Also, Edin Ross hat das schon öfters gemacht, dass er super viel Cash gibt, so an Rapper. Und die Rapper dann vorbeikommen und mit ihm streamen. Machen ja einige Streamer, so. Das ist ja berühmte Leute. Kai Sennant hat das ja auch gemacht. Äh, mit... Mit Nicki Minaj oder sowas, ne? Und... Äh, er hat das mit PlayboyCarty gemacht. Und, äh, um den es gerade generell super viel Hype gibt und so, ne? Weil auch viele Leute auf ein neues Album warten, dies, das und so. Und der dachte sich, Alter, den hole ich mir in Mainstream. Hat ihm irgendwie, ne? Hat ihm irgendwie, ne? Hat ihm, ne? Hat ihm das Cash angeboten und so. Management hat zugesagt, yo, ist cool alles, wir kommen vorbei. Haben sogar einen extra einen Raum gemietet, wo Edin Ross, also der Streamer, wo er streamen soll. Damit die dort hinkommen. Ist so ne komische Lagerhalle. Super weirder generell Streaming-Ort, aber okay. Äh, einfach so ne scheiß Lagerhalle. Und er ist dann da hingefahren. Mit seinem Setup hat sich da hingesetzt, hat den Streamer angeschmissen, hat irgendwie 6 Stunden lang auf ihn gewartet. Bis er kommt. Dann kam das Management, hat gesagt, yo, er kommt, ich hatte keinen Bock. Und dann hat er im Stream einen Koffer geöffnet, hat gesagt, hier, ne? Im Stream gezeigt, yo, Playboy-Carty, ne? Ich hab hier eine Million in diesem Koffer. Das ist easy money. Komm hierher, komm rein und hol es dir ab. Und daraufhin, zwei Millionen waren das sogar. Okay, daraufhin, dachte sich halt der Rapper. Oh shit. Das ist ganz schön viel Geld, dass ich da kurz reingehe und das Geld abhole. Ist dann reingegangen. Ist die mir die ganze Zeit nur hin und her gelaufen. Nicht großartig geredet. Hat irgendwie dann ins Mikrofon irgendwie so ne Scheiße gebrabbelt wie, yo. Thank you, thank you. Thank you man, thank you. Hat den Koffer mitgenommen, ist abgehauen. Junge. Einfach zu stark. Einfach zu stark. Free Cash, ne? Ja, Adam meinte dann angeblich, dass in dem Koffer keine zwei Millionen drin waren. Da waren irgendwie viel, viel weniger drin oder so. Äh, also ja. Ja, und Adam wurde auch in derselben, ich glaube eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher, wurde er von einem anderen Rapper auch gescannt. Das ist so lustig. Das ist so fucking lustig gewesen. Da wurde er von einem anderen Rapper gescannt, den er auch bei sich eingeladen hatte. Ich hab den Namen vergessen. Ähm. Oh, wie hieß der nochmal? Chat, wer war das nochmal? Genau, 21 Savage war's. Der bei ihm war und die die ganze Zeit so Wetten gemacht hatten. Alle möglichen dummen Wetten gemacht haben, so. Wenn das und das machst, dann... Geld. Oder so. Keine Ahnung. Und dann haben die irgendwie angefangen so Kartenspiele zu machen. Wo sie ganz viel Karten auf den Tisch gelegt haben. Und haben einfach random Karten gezogen. Wer die höhere zieht, hat gewonnen. Und haben dann um Cash gewettet. Und dann hat halt irgendwie, haben die das gezogen. Karten gezogen. Und Adam hat irgendwie gesagt, yo, wir machen, ne? Wer die höhere Karte zieht, kriegt von dem anderen 100k. Dann hat Adam gewonnen. Und dann haben die das irgendwie so mehrmals gemacht. Bis dann 21 Savage die ganze Zeit nur verloren hatte. Und er ihm so einen neuen Deal gemacht hatte. Hat gesagt so von wegen, yo. Komm nochmal. Wenn du jetzt gewinnst, kriegst du die Hälfte. Und ich kaufe irgendwie deiner Familie oder so ein Auto. Irgend so eine Scheiße. Und dann packte dieser 21 Savage ein neues Kartendeck aus. Mit gezinkten Karten. Und huch. Plötzlich hat er gewonnen. Und das ist ja alles on stream passiert. Das war so scheiß unangenehm. Weil das ist ja alles on stream passiert. Alles live. Und auch live wurde dann der Scam aufgedeckt. Weil der Chat ihn drauf hingewiesen hat. Dann kamen von Adam Ross Leute aus dem Hintergrund und haben gesagt, yo, check mal die Karten genau ab. Und dann haben die im Stream, haben sie die Karten sich angeschaut. Während dieser Rapper, der ihn gescamt hat, da so sitzt und so tut, als hätte er keine Ahnung. Was? Hä? Oh, ich hab's falsch. Eins, zwei, drei, vier. Das war sehr unangenehm. Und das ist so lustig, dass das alles so in kurzer Zeit passierte. Dass halt danach direkt der nächste Scam kam. Dann mit den zwei Millionen. Das war eine wilde Woche. Und dann halt noch der Drake Pimmel League. Ist er jetzt bestätigt echt? Was ist bestätigt echt? Also dass das ein Scam mit den Karten war? Ja, er hat ja die Karten dann in die Kamera gehalten. Und man hat so kleine Muster gesehen an den Karten. Dann waren alle Karten, also alle Bildchenkarten, also Bube, Dame, König und so, die waren auf der Rückseite besonders markiert. Dass man sehen konnte, dass es halt hohe Karten sind. Jetzt hab ich, hier hab ich auch schon alles gemacht, glaub ich. Achso, ob der Leak bestätigt ist? Ähm... Weiß nicht, aber es sieht schon alles so danach aus. Weil die Leute haben ja die... Ähm... Die Tattoos abgeglichen auf den Armen. Ähm... Das Zimmer, in dem er liegt, hat er selbst auf seinem Instagram mal vor irgendwie einer Zeit gepostet. Indem er dort liegt. In dem Video, also scheint wohl alles dafür zu sprechen, dass es Drake ist. Ich mein, vielleicht kam auch irgendein random anderer Typ, hat sich die Arme angemalt... Und hat sich sein Bett reingelegt und seinen Pimmel gezeigt. Meisterplan. Aber ja, das ganze Internet ist voll seitdem mit Memes zu dem Penis. Und dass er so groß ist. Ja, ja, er lag im Bett und hat halt den Spiegel vor sich gefilmt. Und dabei hält er halt seinen Lörres in der Hand. Gibt's hier... Ähm... Ah, da. Tatsächlich. Fischis gibt's hier. Ich kann spinnen! Okay, cool. War Drake nicht auch der Chili-Soße in seine Kondome gepackt hat? Keine Ahnung, davon habe ich nichts gehört. Keine Ahnung. Ist das geil? Ich weiß nicht. Ich denke nicht. Ist das Spiel irgendwie lauter geworden, habe ich das Gefühl? Test-Stream? Nee, ich denke ich muss das nicht testen. Ich hatte mal so ein Duschgel gehabt, was so einen Aftershave-Effekt hatte. habe ich einmal benutzt und dann mir ein neues Duschgel gekauft. Also ich glaube, ein brennendes Gefühl möchte ich nicht haben. Ich glaube, das ist nicht so mein Ding. Ich glaube, das ist nicht so mein Ding. Fisch? Ich kann ja gar kein Fisch machen. Stimmt. Leute, ich habe doch keinen Hut. Scheiße. Ich vergesse es halt immer wirklich. Jedes Mal. Nein, nicht Fisch. Ich wollte schon aus der Entfernung werfen, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe. Er kann auch nicht schneller schwimmen, ne? Hä? Ist das so knapp? Oder übersehe ich irgendeine Mechanik beim Schwimmen, Leute? Kann man irgendwie noch anders als Mario schwimmen? Ja, geschüttelt habe ich auch gerade. Es hat nichts gebracht. Oder schnell hoch und dann Stampfattacke. Hm. Hm. Oh, okay. Ich habe es. Der Hechtsprung unter Wasser, ja. Ja. Also stampfen und springen. Wow. Jetzt hatte ich keinen, keinen Atem mehr, keinen Sauerstoff mehr. Hey, dieser dumme Scheißfisch. Aber wieso haben die denn in Odyssey nicht einfach Mario normales Schwimmen gegeben? Wieso muss er so komisch schwimmen? mit so einer komischen Tekken-Kombo, Digga. Super weird. Kannst du den Fisch nehmen, um schneller beim Stern zu sein? Ähm. Ich brauche dafür eine Cappy. Und die Challenge bei diesem Mond ist es, keine Cappy zu haben. So funktioniert das nicht. Ah, das ist doch hier Super Mario 64. Ertrink ich während dem Quiz? Ich hoffe, ich ertrink mich während dem Quiz. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Ja, okay, halt deine Schnauze. Ähm. Wie lautet der Name dieses Landes? Blubberstrand? Ja, aber Freak! Der war free. Bowser wollte in diesem Land Alkohol haben für die Party. Das ist der Plan, Jase. Okay, noch einer for free? Was ist das für eine Hochzeitsparty? Und dann war hier der Bowser und hat hier Alkohol geholt. Äh, 15.12., weil meine Switch noch aus der Vergangenheit ist. In irgendeinem random Löcher gibt es noch einen bestimmten Mond. Irgendwie habe ich gehofft, hier ist doch vielleicht ein bisschen weniger Schwimmen, Leute. Aber es ist echt viel Schwimmen. Ich überlege, das Land zu wechseln, um mir einen neuen Namen zu holen. Der Kevin-Gyros-Arc beginnt, ja. Das war sehr viel Zeit für sehr wenig Monde und für sehr wenig Spaß. Also der, 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 der Spaß, 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 Spaß-Mond-Faktor war hier nicht so hoch. Wenig Monde, wenig Spaß. Wenig Monde, wenig Monde. Wie wärs mit Bowser-Land? Mit dem coolen Vogel. Wow. Mario-Time. Sag ihr ja auch in dem Chat, wenn ihr morgens zur Arbeit geht oder so, oder zur Schule sagt ihr ja auch immer euer Name und dann Time. Oh, it's Paul-Time. Ich will mir keine Munde kaufen. Immer noch nicht. Wieso wollt ihr jede Woche Sonntag von mir, dass ich Munde kaufe? Ich will keine Munde kaufen. Ah, das ist direkt ein Skip. Ja, die wollen mir alle was dran drehen hier. Chat will mir was andrehen. Komm ich da gar nicht mehr rein? Immer wenn ich in den Stream klicke, sage ich davon, Keggy Time. Aber du bist doch nicht Keggy. Warte, ich porte mich. Wo ist denn der Mondblock? Weißt du was ich will, Playmo? Ich will das Spiel spielen. Das will ich, Playmo. Und das tue ich auch gerade. Das Wind Waker Land. Yes, Serdi, was geht ab? Wenn ich in Dashke Stream klicke, sage ich auch immer Dashke Time. Stark. Tja, seid ihr so Karnevalsleute? Feiert ihr momentan Karneval? Geht ihr Karneval feiern? Geht ihr richtig auf Sause? Irgendjemand hier? Keine Partymäuse hier? Ja, die muss ja kein Alkohol trinken, um Spaß zu haben. Und wenn ihr feiern seid? Oder feiern wart? Ich weiß nicht, war das dieses Wochenende? Oder läuft das gerade immer noch? Oder kommt das nächste Wochenende? Ähm, was für ein Kostüm habt ihr? Morgen ist Rosenmontag, also voll drin gerade. Einfach nur Pferdemaske, das ist ja langweilig. Wo ist der Mondblock? Hier ist er, ne? Oben oder unten? Diese Umzugs-Scheiße war gestern bei Osna. Hatte so viel betrunken im Laden. Ich glaube, meine Stadt ist gar nicht so ein Fasching-Karnevals-Land. Äh, Landstadt. Ich glaube, bei mir gibt es das hier gar nicht so großartig. Das heißt, ich bei meinen Eltern gewohnt habe, äh... Äh, das heißt, ich bei meinen Eltern gewohnt habe, dort bei denen, äh, gab es die Nachbarstadt. Eine Nachbarstadt, wo halt sehr groß Karneval gefeiert wurde. Auch so mit Umzügen und so. Und dementsprechend war auch unsere Stadt dann immer sehr im... Karnevalsfieber. Aber ich habe es selbst nur einmal gefeiert. Ich bin als Cyber-Kassel gegangen. Oh, stark. Wo kommen die Kanonen geflogen? Ich muss doch hier so eine Kanone parieren. Für da hinten. Moment, da ist ein Boss gespawnt. Oh Gott, ich bin alsверnen. Oh Gott, ich komme ja noch mehr. Aufein. Das wird nix. Mann, Nintendo, löscht euch mit eurer scheiß Fuchtelkacke! Fuchtel ist doch! Oh, ich hasse Nintendo. Mit Pro-Control ist das halt richtig scheiße! Ahhhh! Ist halt für Joy-Cons gedacht, aber ich spiele halt nicht mit fucking Joy-Cons. Ist halt ein Du-Problem oder so, keine Ahnung, Mann. Oder wie ihr die Scheiße nennt, aber Nintendo soll sich an der Stelle einfach löschen. Muss auch mal gesagt werden. Die Scheiße hat Nintendo gesperrt! Danke! Okay, ich versuch mal ohne Fuchteln! Das geht noch mit Laufen? Das wird nicht mit Laufen funktionieren. Nee. Also die ersten beiden funktionieren mit Laufen. Danach wird's schwierig. Da bleibt halt beim Drehen, bleibt er mal stehen. Das ist Kacke! Kacke! Okay! Mit der linken Hand wedeln. Das war's. Das war mein Ding. Auch wenn es sich mit der linken Hand ein bisschen falsch anfühlt. Aber das war der Plan. Weil ich musste mit beiden die ganze Zeit machen, weil ich kann besser mit der rechten Hand wedeln, aber ich brauche die linke Hand, um mit dem Stick zu laufen. Und ich musste mich davon lösen, dass ich mit der rechten Hand wedeln muss. Und hab einfach die rechte Hand losgelöst vom Gamepad. Und dann hat's besser funktioniert. Trotzdem Drecksmechanik. Löcherantrag bei Nintendo geht raus. Ich hoffe, der gibt überhaupt was. Das werden wir niemals herausfinden, denn ich bin gerade an ne Tilt Grenze angekommen und möchte in diesem Land keine Sekunde mehr verbringen. 4, 4, 4. Ich finde das ist ein guter Punkt, um mal hier aufzuhören und nie wieder Videospiele zu spielen. 444 ist eigentlich ganz geil. Vielleicht stelle ich mir Polarland wirklich nur so schlimm vor. Vielleicht ist Polarland gar nicht so schlimm, Leute. Vielleicht ist Polarland ganz lustig. Vielleicht ist Polarland ja doch ganz witzig. Ich verbinde mit Eisleveln irgendwie nicht unbedingt Spaß. Bin auch generell nicht so der große Fan von Schnee und Eiswelten und Level in Videospielen. Außer in Fahrenheit, da ist es cool. Aber vielleicht ist das hier ganz nice. Wie kann ich aber auch den Spaß in den Welten haben, wenn jede Welt damit anfängt, dass ich Luigi sehen muss? Das ist einfach hier ein random Mond. Guter Wurf. Boah! Wie geht$2 hier rein. Wie geht's hier rein? Wie geht's hier rein. Wie geht's hier rein? Mario wird dann so weiß. Ich glaub, der friert. Hast du etwa Luigi's Mansion? Über alles. Also Hass kann das gar nicht in Worte ausdrücken. Wie sehr ich Luigi's Mansion hasse. Ah, danke. Da oben könnte vielleicht der Bonus-Stern sein. Oder? Nee. Oh, wohl. Da ist irgendwas. Oh, wie zum Fickery-Fuckery soll ich da hochkommen? Vielleicht von hier aus. Hass ist keine Emotion. Hass ist ein Mut. Ja, da ist der Bonus-Stern. Oh nee, Kraut aus dem Garten. Es geht ab. Und das war's. Nice. Also nur noch 64. Fast geschafft. Einfach an allen Regen vorbei. Ja, ist Perspektive und so manchmal schwierig. Kurz vergessen, dass man ja noch schütteln kann beim Klettern. Ist ja ein Nintendo-Spiel. Ohne schütteln können die keine Spiele machen. Wie ist es eigentlich bei Fire Emblem N-Gage? Auf der Switch. Muss man da eigentlich schütteln, wenn man angreift? Okay, ich kann nicht schütteln. Ja? Okay. Bei Free Houses war ja auch so, dass man ja immer, wenn man die Clyde Cloud-Episode spielt, also seine Story spielt, dann musste man ja die Switch immer auf den Kopf halten. Das war immer super weird. Dann musste Nintendo immer, muss man, Nintendo musste immer seine Gimmicks immer durchdrücken. Äh, sie hat die Blumen nicht genommen. Das ist schon geil, Mann. Das ist schon geil, Mann. Ja, sie haben ja bei Fire Emblem, haben die die ganzen Nintendo-Sachen rausgenommen, ne? Ja, die ganzen Nintendo-Gimmicks rausgenommen. Also auf dem 3D-S konntest du auch deine Waifus immer streicheln. Mit deinem Stylus. Haben die ja rausgenommen, ne? Ich wollte ja rüberspringen. Ja, ja, im Westen haben sie das rausgenommen. So schade aber auch. Ich wollte so gerne... Ich wollte so gerne Camillas Haare in Herrschaft streicheln. Das wird nix, oder? Okay. Das wird was. Ich triff zwar keine Blumen. Wo ist denn der Bonus-Mond? Da oben. Ich brauch mehr Boost. In Free Houses konntest du bei der T-Stunde ranzoomen. Aber da wurde nichts zensiert bei Free Houses, oder? Oder wurde da auch was zensiert? Bei diesen T-Sessions. Nice. Sollen wir beim Tee trinken zensieren? Ja, keine Ahnung, aber die Szenen waren halt ja auch so komisch wie beim 3DS. Dass dann so komische Musik spielt und dann lächeln die so scheiße und dann ist auf einmal Ende. Und im Original konntest du ja dann streicheln mit deinem Stylist. Einfach so random streicheln. Und vielleicht war das beim Free Houses auch so, dass du was streicheln konntest. Aber bei uns in unserer Version wurde das rausgenommen. Also auch bei der 3DS-Version von Free Houses, äh, Free Houses, von, ähm, wie heißt der Shit hier? Offenbarung, Herrschaft und so. Da war ja auch nichts irgendwie, irgendwie so, dass wenn du jetzt streichelst, dass dann, keine Ahnung, sie sich jetzt ausziehen oder sowas. Das war einfach nur, du streichelst die und die sagen, ja, haha, und das war's dann. Da passiert auch nichts. Aber wahrscheinlich fand das Nintendo ein bisschen weird. Oder nicht Nintendo, aber in Deutschland war das wohl irgendwie weird. Empfand ihr das wohl weird, dass die Spieler die Charaktere streicheln müssten? I guess. Hey, Escapes, get up. Ist auch ein bisschen weird. Ja, es ist irgendwie auch ein bisschen weird, aber das Sexuelle ist ja dann in deinem Kopf, aber nicht im Spiel selbst. Wenn sie mit deinem Stylist ja schrubbst, dann passiert ja nichts. Eigentlich. Sondern die lachen nur und dann ploppen so Herzchen auf. Aber die ziehen sich ja nicht aus oder kommentieren das irgendwie sexuell oder so, sondern das Sexuelle ist, ist ja nur, weil du daran denkst. Vor allem das Lustige ist, während die sowas bei Faze rausgenommen haben, hast du auf der anderen Seite auf dem 3DS solche, diese ganzen Senran Kagura-Spiele. Das ist okay. Das sollen die Kids spielen. Aber dass du irgendwie ein paar Weifus mit deinem Stylist streichelst? Nee. Nee. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll, Leute. Es ist dunkel. Ich hab absolut keine Ahnung, wo hin mit mir. Können wir nochmal neu starten? Ich hab dich drauf geachtet bei der Cutscene. Diese fucking Anime, ich muss ihn mir immer wieder ansehen. Sendan Kagura? Dead or Alive ist da auch nicht besser. Ja, aber Dead or Alive gab es doch nicht auf den 3DS oder auf der Switch, oder? Das war ja immer nur so ein Sony-Xbox-Ding. Doch, es gab Dead or Alive auf den 3DS? Okay. Crazy. Da oben irgendwie. Ich glaub, man muss oben lang. Oder wohl hier jetzt Luft raus. Okay. Auf der Switch gibt's viele so Soft-Porn-Games, das stimmt. Auf dem 3DS hab ich immer so hauptsächlich ist immer Senran Kagura mitgekommen. Das war wild. Das war so ein fucking Soft-Porn-Game einfach auf dem 3DS. Während dann, wie gesagt, bei Free Houses du keine Charaktere streicheln durftest. Das war dann zu viel, komischerweise. Das war dann. Easy! Realtalk hat die Dead or Alive 3DS-Demo viel gespielt und mit dem 3DS die Beine angeschaut. Hatte wohl schon damals ein Auge für attraktive Parts seiner Frau. Achso. On Frey! Dankeschön, bin Ray. Das geht ab. Auf dem 3DS-Demo gab es in der 3DS-Demo auch so diese Beach-Episoden? Auf dem 3DS-Game, nicht die Demo. Gab es auch die Beach-Episoden? Die gab es da nicht? Es war nur Fighter, okay. Befreit. Gib mir einen Mond. Ja! Bip, 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 bip. Oh, malen. Malen mit Rutschen. Stark. Wieso hat der einen blauen Panzer, aber eine rote Jacke? Gib den Fire Emblem Echoes bei der Webber dafür eine homophobe Sidequest. Ah, stark. Wir lieben Anime, oder? Okay, ein Dreieck. Ach du Scheiße. Kurz Pythagoras rausholen. Gib bitte Nuse. Oh, not bad eigentlich. Ah, 82. Stark. Ein Dude, der gay ist, mag es nicht, dass er gay ist und wird straight. Was? Wird das bei uns irgendwie zensiert? Wird das bei uns anders übersetzt? Was? Was? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Der gute Leon, also. Oh, ein Rennen. Leon Ecos. Das ist der Leon. Das ist er. Ich möchte ein Rennen machen, ja. Ach so, hier. Lasst mich ein Rennen machen. Können wir mit ihm reden oder so? Da. Der eine Charakter aus Ecos, den ich mochte. Und die anderen waren scheiße oder was? Schlotter Grand Prix. Wie spielt man das mal? Also nur springen war das. Und jedes Mal, wenn man springt, wird man schneller. Und man darf nicht in den Schnee kommen, sonst wird man langsamer. Oh, das war knappi. Ah, es sind drei Runden. Ach du Scheiße. Ne, ich muss B drücken zum Springen. Er bounce sonst nur ab. Ganz normal. Ich muss im richtigen Timing B drücken, damit ich so aufleuchte. und Speed aufnehme. Aber ich glaube, es gab hier noch ein zweites Rennen, was schwierig war, oder? Weil ich kann mich erinnern, dass ich hier so ein bisschen gestruggelt hatte damals. Das ist glaube ich noch das Easy-Rennen. Jo, ich überrunde gleich den einen. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Für das schwere Rennen gleich. Das wird mit Gedankenkontrolle gesteuert. Jedes Mal, wenn der springt, denkt Kegi sich im Kopf springen. Ah, okay. So war jetzt Nintendo mittlerweile mit ihren Gimmicks. Wäre aber crazy, oder? Das nächste Gimmick. Weil jedes Nintendo-Gerät hat ja immer einen Gimmick. Das nächste Gimmick ist einfach wirklich Gedanken lesen. So wie dein Handy irgendwie Dinge, die du schreibst oder liest, direkt erkennt. Und dann dir als nächstes dann irgendwie bei TikTok oder Instagram direkt in deine Reels spült. Obwohl du davon nirgendwo was gesehen hast. Aber dein Handy hört dich ja ab, dein FBI-Agent. Und so machen die das mit der Switch. Meiner tut mir so leid. Meiner manchmal auch. Oder die nächste Switch ist wie diese neue Apple-Brille. Das ist die nächste Switch. Du kannst überall deine Switch spielen. Ohne dass du sie in der Hand halten musst. Ich habe jetzt gar nicht mal beim Text geachtet, ob das jetzt das schwierige Rennen ist. Oder ob das jetzt dasselbe Rennen ist. Und ich jetzt einfach nur dumm dasselbe Rennen nochmal mache. Und steht da auch immer noch Schlotter Grand Prix. Chat, ist das dasselbe Rennen nochmal? Und da steht auch meine Zeit von vorhin. Ist das Schwierigere? Okay. Starker Start. Also erste Runde schon mal richtig gut. Ja, ich denke mal das Rennen starten wir nochmal neu. Ja, der Tri war okay, aber ich greife nach den Sternen halt. Will halt mehr erreichen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Die überholen mich alle. Was mache ich falsch? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Klasse, er ist okay. Das war das Beste. Richtiger Eckenlord. Das ohne Apfeltee. Cooler Zoomer. Ohne Apfeltee. Tja, kannst mal sehen. Du hast doch deinen Maulstift. Was willst du von mir, hä? Ja. Falscher Knopf, falscher Knopf, falscher Knopf, falscher Knopf. Falscher Knopf, Falscher Knopf, Falscher Knopf, Falscher Knopf, Falscher Knopf, Falscher Knopf, 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 Knopf. Ja, man muss halt stampfen, um in der Luft so einen Hechtsprung zu machen. Aber nach dem Stampf musst du halt Y drücken und ich habe B gedrückt. Er fliegt drüber wie ein Flieger. Das wäre mal Gameplay. Komm, eins gegen eins. Oder ist die eins gegen eins? Das ist Eis, das ist nicht so einfach. Ja, man rutscht. Man verliert sehr schnell die Kontrolle über Mario. Weil du musst schnell sein, aber du rutschst auch. So, geht doch. So, was haben wir denn da oben? Die Musik erinnert mich so ein bisschen gerade irgendwie an Zelda. Ach, hier muss so ein Pusteboy kommen. Ich muss hier pusten bei dem Holz, ne? Breath to Wild Musik hier. Richtig im Tarnmodus, ja, extra weiß angezogen. Oh nein, nicht der Hase. Ich bin dumm, der Hase. Na warte, Hase! Hase! Ich dachte, ich muss irgendwie einen Shortcut machen. Ja, nicht Biotw Musik. TOTK Musik. So, sorry. Biotw hat keine Musik. Ja, aber das ist TOTK. Genau. Ich dachte, ich muss halt bei dem Hasen irgendwie einen Austricksen oder so. Aber es hat einfach gereicht, hinterher zu laufen. Schwach von dem Hasen aber auch. Ne, TOTK hat super viel Musik. Das habe ich schon mal gemacht. Nein! 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 Okay, hab's. Ja, das ist perspektivisch nicht so einfach. Das ist perspektivisch nicht so einfach, okay? Das ist schwieriger, als es aussieht. Nein! Nein! Oh mein Gott, bin ich schlecht. Wieso bin ich ausgestiegen? Wie viele sind das da oben? Sind das schon da oben 64 Stück nicht ganz? Lieblingsland in Nordic Sea? Donkey Kong Land. Ich glaube ja. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Ja, halt, New Donk City. Mann, das ist doch Donkey Kong Land. So, und den anderen Holzblock kann ich wahrscheinlich mit dem Typen wegpusten. Und ich muss noch mal die Pflanze pflanzen. Das ist doch ein Piesowatcha. Auf Zeit. Fisch. Rüber. Rüber. Schade. Ja, Pinguine können ja so ein bisschen gleiten, oder? Deshalb, die können auch so ein bisschen gleiten. Spring doch! Spring doch, du Fisch! Er springt nicht mehr. Das war's. Oh, ich weiße die Wieso hat er denn seine Mütze geworfen? Hhh! Puppet! Gag! Puppet! Huuuuh! Bop! Gag! Puppet! Gag! Puppet! Puppet! Empfindest du Spaß? Ich empfinde Spaß auf einer ganz hohen Ebene. Nee, zum Glück muss ich keine 800 sammeln. Zum Glück nicht. So, jetzt aber Treffen. Das Gemüsebeet. Bonus Level? Sub-Raum? Spaß-Raum? Schaust du Super Bowl? Nee, ich hab noch nie in meinem Leben Super Bowl geschaut. Ich hab keine Ahnung wie Football funktioniert. Aber okay, gut. Keiner der Super Bowl schaut hat Ahnung von Football, ne? Ja, wollte ich gar sagen. Alle wollen nur Taylor Swift sehen. Hey! Hey! Ja, aber die haben dann so... Es ist einfach nicht nur der Ball muss von einer Seite in die andere Seite, sondern die haben dann so irgendwelche... Irgendwelche Scheiße. Einfach irgendeine Scheiße. Ja, okay, ich mach's von neu. Ich mach's nicht von neu! Ich komme wieder! Ähm, die müssen da ja irgendwie... Als ob das Ding wieder weg ist. Die müssen da ja irgendwie so den Ball Stück für Stück nach vorne bringen. Und dann haben die so ne Defense-Phase, ne Attack-Phase und... Abseits und so und dann... Ja. Touchdown! Schreien die dann am Ende. Ja, es ist Turn-Based-Strategy-Game, genau. Aber mit Ball. Damit es auch die ganzen... Frauenschlagenden Fußball-Kekos verstehen. So, muss da auch mal gesagt werden! Ne, Blitzball ist noch ein bisschen anders. Im Blitzball gibt es keine Strategie. Sondern du nimmst den Ball... Gibst den Tidus und setzt deinen Jacked-Move ein. Tor! Nächste Ball-Phase. Du gibst Tidus den Ball. Setzt den Jacked-Move ein. Tor! Das ist ein bisschen anders. Die können das im Football nicht, weil die kein Wasser haben. Oh! Oh! Weil das Blut leere langweiler sind! Aha! Ein Sub-Raum. Gefunden. Mal wieder um die Ecke, der gerade geschaut hat. Hallo! Haha! Das ist ein typisches Zelda-Rätsel, ne? Das ist ein typisches Zelda-Rätsel, ne? Und vielleicht wird's super gekocht. Vielleicht wird's super gekocht. Smashy! Dankeschön für 20 Minuten! Aber... Wo ist der versteckte Mond? Das ist ja der Obvious-Mond. Irgendwann Replay Twilight Princess mal wieder. Ja, kann man auch sein lassen. An der Stelle. No Hate Zone, ne? Aber... Wieso gibt es hier nur einen? Und wieso schickst du mir nicht einen ganzen Guide? Wieso gibt's auf einmal in dem Sub-Raum nur einen? Draghi, was ist hier los? Hab' wie immer gelogen. Wird schon einfach hingenommen. Irgendwo fehlt mir noch, äh, so ne Banane. Ah, da ist die letzte Banane. Es gibt nur ein paar Ausnahmen. Das ist wohl eine von den paar Ausnahmen. Aber ja, so schlecht ist die Eiswelt gar nicht. Auch wenn ich die ganze Zeit friere und mir kalt ist. Die Welt macht dich müde. Dann sollten wir gleich... Haha, wie er hat er merkt. Dann sollten wir gleich mal ins Seeland. Dann geht der kleine Kit aber ganz schnell ins Bittchen. Ich denk mal, hier ist nichts Neues, ne? Ich hab Peach gehört. Habt ihr Peach gehört? Da ist Peach! Gib mir den Mund oder so. Voll schick angezogen, halt wirklich. Wie komm' ich wieder raus aus dem Loch? Ist das der Ausgang? Ne, ne? Ne. Ähm... Wir können das... Ne, beide Wettrennen hab ich schon gemacht, ne? Ne, hab ich nicht. Hab ich nur das eine Rennen gemacht? Ne, ich hab doch beide gemacht. Wieso ist das da noch markiert? Aber ich glaub' wir haben genug erstmal vom Frostland. Also klar, hier gibt's noch einiges zu holen. Aber ein bisschen Abwechslung, Leute. Wieder ein bisschen wechseln, ne? Wie viel? 30 Stück noch? 34. Wir haben's fast. Kuremehevere! Schauen wir uns Wolkenland an. Bei meiner kleinen Finger bluten... Was? Beide meine kleinen Finger bluten gerade. Was zum Fick ist passiert? Ich sitz' hier nur rum. Trockene Hände. Kälte. Aufgeplatzte Finger. Hup. Batz. Blut. Überall. Ich muss bei dem Wetter durchgehend meine Hände einkriegen. Bei uns, als wir nach Deutschland gekommen sind. Äh. Damals 1962. Äh. Kam irgendwie mein Körper auf die Luft hier in Deutschland nicht klar. Und ich hatte... Meine ganzen Hände waren so komplett immer offen. Ich musste die ganze Zeit Handschuhe tragen und so. Ich kann mich an gar nichts davon erinnern. Es ist komplett aus meinem Gehirn gelöscht. Aber... Meine Eltern erzählen mir immer, dass das wohl ziemlich schlimm bei mir war. Yes! Udo Sila! Dankeschön! Für drei Monate. Vielen, vielen Dank. Hatte das früher auch so schlimm. Wurde zum Glück deutlich besser. Das hab ich auch. Ich hab's halt nur... eine Zeit gehabt, wo wir hingekommen sind. Und dann irgendwie so ein paar Wochen wohl gehabt. Aber ja, seitdem auch nie wieder. Kommen wir heute noch zum letzten Level, ich denke. Ich brauch jetzt nur noch 33 Monate. Ich denk mir, das schaffen wir gleich noch. Bei mir ist das auch so. Und ich hab keine Ahnung warum. Warst du nicht beim Arzt? Mal beim Dokken Besuch abstatten. Und sagen, Yo, Dok! W-w-w-what's up, Dok! W-w-w-what's up, Dok! Halt's up! Halt's up! Keep yourself safe. Ach so. Was soll man da nicht so rüberkommt mit so einem coolen Sprung? Was hab ich jetzt diesen Weg hier nehmen? Den regulären Langweilerweg? Geht auch. Geht auch. Geh, 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 geh doch, geh doch, man. Geh doch, geh doch. Geh doch, geh doch, geh doch, man. So, kein langweiler, kein langweiler Stream, ja? Sondern ein Skill-Stream hier. So, brauchen wir auch nicht alle Plattformen, ja? Sondern nur zwei reicht schon. So. Ähm, da hinten? Stampfi? Alter, was ein geiles Geräusch. Äh, nicht so schnelli! Oh, das war die letzte Reihe, Mama! Oh, das war die letzte Reihe, Mama! Wie ist das? Kalkuliert Das für ne scheiß Welt, das ist die Wolkenwelt Die ist doch nicht scheiße Hier sieht doch alles so schön aus Wie Zuckerwatte und so Was ist das für ein Monster hier schon wieder Das ist ne dicke fette Mücke Oder so, so ein Seitenschneider, Alter Wo kommt der jetzt schon wieder her East Die hat keine Ahnung Woher die ganzen Monster herkommen bei mir There is a monster under my bed Two Mama Da ist eine drin, oder? Nein, aber da unten Wieso ist das eine Röhre? Ist das ein Bonusmond? Äh Gewartet Geplant Reingelaufen Street on the street Ich bin zu schnell Einfach für die Kamera, Alter Ach, die Lava da oben Braucht man nicht Darf man nicht berühren? Oh Die darf man nicht berühren Ich hab darüber gar nicht nachgedacht Dass ich hier die Decke berühren könnte Damage Boost ist wichtig an der Stelle Geh hoch Geh hoch Hab ihn War das ja voll ekelhaft Hä, das ist ja Hab ich schon verkackt? Kann ich das nicht mehr machen? Warte, vielleicht von hier Von hier, Leute Von hinten Von hinten Ja, von hinten Okay Ja, dann wird wahrscheinlich Der Der versteckte Mond Wahrscheinlich da in der eigenen Röhre Gewesen sein, ne? Wieso hast du mich? Was hab ich gemacht? Da Ja, da ist er Du bist doch schlau, Playmo Du hast diese Intelligenz Und wir haben gerade gelernt Sub-Raum bedeutet nicht immer zwei Monde Ja Also Steck dir deine Klugscheißerei Sonst wohin Ich kann auch klugscheißen Hier ist ein sichtbarer Block Ja Da ist er Das hat er im Yami-Level gelernt Apropos Yami Yami hat einen zwei Stunden Commentary gemacht Zu dem Mario Maker Level Was ich gespielt habe Auf YouTube Ich hab jetzt ein Level gespielt Und dann Wenn ich's schaffe Krieg ich 100 Euro Hab ich ja geschafft Und er hat irgendwie Ein zweistündiges Video hochgeladen Wo er Sich meinen Run anschaut Und es kommentiert Ich hab's mir noch nicht angeschaut Hab das volle Ding geschaut By the way Und war gut Oh nein Also wenn er schon zwei Stunden Darauf reactet hat Und ich ja dann noch Darauf Reakte dann Und dann mach ich zwischendurch noch Pausen Das wird dann irgendwie so ein Vier Stunden react Können wir das morgen im Zug Eigentlich müsste ich es mir auch anschauen Weil Wenn ich wirklich Den Mario Maker Stream Zu einem Video verarbeite Können ich da vielleicht Irgendwelche dummen Kommentare Von ihm rausnehmen Und ins fertige Video reinpacken Ich hab mir den Goomba Nicht angeschaut Ich hab keine Ahnung wie ein Goomba aussieht Ich hab in den Chat geguckt Nein ich wollte nicht drehen Moment Chat Ich glaube ich stelle gerade etwas fest Kann es sein dass ich bei dem Mario Die ganze Zeit eigentlich Goombas Augenbrauen benutzt habe Okay jetzt gucke ich hin okay Nee okay Die Augenbrauen war richtig Die ich benutzt hatte bei Mario Mario Nein wie bei Fortnite Wie waren die jetzt So Bitte Bitte They're not dusting Ich bin Bei den Augenbrauen bin ich mir nicht sicher. Bei den Augenbrauen bin ich mir nicht sicher. Die waren komisch. Das sieht ja komplett falsch aus. Wer ist der denn? Wer ist der denn? Ich habe sogar seinen Mund falsch. 56? Das war besser als das letzte? Okay, gut. Ich habe wenigstens diesmal die richtigen Teile benutzt. Ach so, das sind die Augenbrauen. Okay. So sind die. Oh, das ist der denn? Okay. Das ist gut, oder? Der hat kein Bad. Der ist sehr gut, ne? 85. 80. Wie viel muss ich jetzt? 90 Punkte, oder? 80, okay, ja. Einfach das gleiche nochmal. Stimmt, da passiert ja was. Das habe ich ja ganz vergessen. Nein! 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 Ja, das ist doch gut so. Ey bitte! Ja, 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 ja. Ich sag 70 Prozent. Äh, da schätzt du das mal nicht so. Oui! 88 Weltrekord! Starke! So, was haben wir hier noch? Hier einfach random auf dem Hügel raus? In der Luft? Ich finde, Windmund sollte es nur bei 100 geben. Ich finde, du solltest deine Schnauze halten. So. Klingt Paul nicht so? Save Klingt Paul so. Schickt mir per Discord-Memo, wie ihr denkt. Klingt Paul? Nein. Nein, das wäre Mobbing. Wir machen hier kein Mobbing. Außer es geht um Draghi! Haha! Nein. Auch nicht gegen Draghi. Was ist denn da? Röhre uns? Achso. Das ist der Schatten. Okay. Ich glaube, ich habe alles. Du dumm, 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 dumm. Ich habe alle. Okay. Das war ja eine äußerst spannende Welt, Mann. Wolkenland. Kegi, da musst du unbedingt hin. Das ist so ein tolles Land. Du bist der Einzige, der mich hier mobbt, Kegi. Chat mag mich. Ja, dann ist es ja kein Mobbing, oder? 25 noch, Chat! Dann ist es doch kein Mobbing, oder? Wenn es nur ein Einziger macht. Waren Free-Monde? Aber ich will keine Free-Monde. Ich will Free-Spaß. Fensterer Seite, Kaninchen-Krater, das ist einfach eine riesige Möhre? Das ist kein Solo-Mobbing, das ist eine Auseinandersetzung. Wenn zwei Leute sagen, du bist doof zueinander, dann ist das kein Mobbing. Im soziologischen Sinne beschreibt Mobbing oder Mobben psychische Gewalt, die durch das wiederholte und regelmäßige vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen. Ja, das passt schon alles nicht, Chat. Das ist weder irgendwas seelisches Schikanieren, Quälen und Verletzen, das passt schon mal nicht. Der Banger einfach. Die Mäuse. Wie viele es hier gibt. Das sind Ratten. Wie aktiviere ich die ganzen Gemüse-Dinger? Ich glaube, ich muss irgendwie erst irgendwo hin, damit hier das aktiviert wird. Da war unten was? Du am Kaninchen-Krater. Alter! Dieselben Bosse nochmal? Dieselben Bosse nochmal! Also ähm... Also die Dingens, ähm... Das Pilzkönigreich besteht aus Recycling der normalen Bosse. Und die finstere Seite besteht aus dem Recycling der Brutals. Okay. 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 Aber mit Moon-Effekt. Ja. Das ist insane. Okay. Aber mit Moon-Effekt. Das gab's im Pilzkönigreich nicht. Echt? Schon jetzt so drauf? Ich bin fast tot. Ich erzähl mal das nicht so. Nee. Kein Mond? Wieso mach ich das alles hier? Ah, das ist ein Boss-Rush, ne? Das ist wahrscheinlich ein Boss-Rush, ne? Okay. Schade. Ich dachte, es gibt für jeden Kampf jetzt einen... einen Mond. Soll ich dir sagen, wo die Sub-Area ist? Ich find die schon. Ich bin ein großer, starker Junge. Muss ich jetzt Rock-Bottom freischalten. Ich sterbe nicht, ich hab kein Leben mehr. Ich redebe. Ich kriege die Schmerz. Ma- bäh. 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 Das ist einfach die Harlequin des Pilzkönigreichs. Ich habe immer noch nur ein Herz. Kann man bitte mich heilen, jemand irgendwie? Das ist einfach die Harlequin des Pilzkönigreichs. Hasequin. Oh nein, Kegg, da sind Bomben. Vorsicht. Du musst aufpassen. Einzige Bomben, die es hier gibt, sind die Bomben, die sie bekommt. Kriege ich jetzt eine Heilung? Irgendwo hier vergraben bestimmt, oder? Ja, das würde ich einen Herzrun machen, ne? Die mag ich nicht, Chad. Der Spupp-Gift, das mag ich nicht. Der wird mich besiegen. Vielleicht ist das noch eine eras Ballization-Best. Aber es ist nicht so, wie soll ich mich? Ich habe eine Jauchlein-Best. Sakon-Best. Deine, die Gleinigerin. Ich kann es. Ich kann es. Geben, die Mummerzкт! Järgf, das ist. Ich kann es. Das ist ein Herz. Okay. 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 Ich habe heute Merch auf Instagram von Takabaka Dinge gesehen, was du am Freitag gezeigt hast. Ja, den FBI Agent hat dich im Auge. Hey D, was geht ab? Und wie teuer war das? War der Merch? Oh, den mag ich gar nicht. Vor dem habe ich Angst. Chat, den mag ich gar nicht. Muss ich jetzt alles von neu machen? Ich dachte, die dunkle Seite des Mondes ist voll cool. Aber ich glaube, ich muss das auch machen, oder? Zum letzten Level zu kommen. Muss ich, glaube ich, an allen vorbei, ne? Wenn ich das nicht jetzt mache, muss ich später eh machen, ne? Ist das so gestimmt, oder? Die verstecken bestimmt das schwierigste Level. Das ist ein paar Dinge, oder? Das stimmt. Dann kann ich mich gar nicht mehr, oder? Ich will das nicht mehr. Was ist passiert? Der dumme Wichser ist einfach der Schlimmste von den Broodals. Der dumme Wichser ist einfach der Schlimmste von der Schlimmste von der Schlimmste von der Schlimmste von der Schlimmste. Der dumme Wichser ist einfach der Schlimmste von der Schlimmste von der Schlimmste von der Schlimmste. Der dumme Wichser ist einfach der Schlimmste von der Schlimmste. Der dumme Wichser ist einfach der Schlimmste von der Schlimmste von der Schlimmste. Der ist schon mal No-Hit weg. Okay. So jetzt bei den anderen kein Scheiß anstehen. Die anderen waren jetzt auch nicht so schwer. Hast du der letzte? Der war voll schwer. Ja. So jetzt kommt das Girl. Hase Queen. Hier ist einfach nur im Kreis laufen und warten. Und weiter im Kreis laufen. Ja. 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 Die klingt so ein bisschen wie Torgi Pine. Ne? Ja. ich darf nicht im kreis laufen sie hat meine kreistaktik abgebrochen sie lernt dazu der geht für dich triggert der geht für dich diesen kill habe ich nur für dich geholt wärst du nicht gekommen wäre ich gestorben aber du hast mir mut und kraft gegeben danke für den raid ja die zielt auf mich aber ich bin halt so schnell so jetzt kommt der gift spucker der ist an sich auch ziemlich einfach einfach nur außen stehen und warten ja ich würde gerne fast aber ich muss ich muss die mechaniken abwarten jetzt sind aber schnell gekonnt hat okay so ich glaube bei dem hut huthasen genau bei dem lang hasen bei dem louis hasen muss ich glaube ich auf die hüte schießen damit sie glaube ich flippen und dann öffnet sich eine blume aber bestimmt kann man ihn auch so wie ich es versucht hatte zu speedrun sobald er wirft einfach direkt auf den kopf springen aber das glaube ich zu risky genau so man kann oben nicht drauf springen ja der tötet mich tötet mich aber wieso tötet er mich aber man kann auch Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, das ist schon müllig, ey. Ja, ich muss wohl in Seenland, Leute. Oder verlorenes, ich glaube, verlorenes Land fühle ich mehr als Seenland. 25 brauche ich noch, ich habe gerade eine halbe Stunde verschwendet an einem Mond oder wahrscheinlich an einem Drittelmond. Okay, wo außen? Hier habe ich auch generell nicht so viel geholt. Hier war ich recht schnell wieder weg. Hier habe ich nur das Nötigste gemacht. Das heißt, hier sind noch recht viele. Okay. Ach, guck mal, können wir direkt schon mal ein Rennen machen. Wobei, warte, vielleicht habe ich hier was zum Spotten. Nein, da war was. Wenn der Mond in dein Ghetto kracht, Alter. Der kommt ja. Boom. Toxico. Nee, es war doch ein Taxi. Sfaxi. Ich fühle die Musik so null. Ja, ich glaube, man muss sich so dann gewöhnen. Du musst reinkommen in den Vibe. Lass dir Zeit. Ich weiß, es ist schwierig. Aber komm mal, du musst, du musst fühlen. Geh in Trance so ein bisschen. Mach die Augen zu. Du musst in Trance gehen. Das ist so ein Fühlsong. Da braucht man, da braucht man, da braucht man eine Zeit. Siehst du, ich fühle ihn voll. Ich bin voll drin. Zack, zack, zack. Hier geht's hier. Ruck, zucki. Rucki, zucki. Wo war die Spitze hier, ne? Oh, ein Piech ist hier. Sicker-Pinker-Koffer, by the way. Nein, keine Gehirn-Einzellen einschlafen. Bei dem Song doch nicht. Das ist hier nicht Seenland oder Frostland. Nein, das ist so... Das ist gerade hier so... Simba, Timon und Pumba gehen gerade auf Nahrungssuche. Wie zum Fick hole ich den da raus? So nicht. Ich brauche hier den Wurm. Oh, Röhrer. Wie trotzdem wird W-wird Wird Cool, jetzt bin ich hier drüben Und jetzt? Achso Nee, wow Es hat vibriert Ich dachte, da gibt es jetzt einen Stern, Mond Nicht der Vogel Du schon wieder Sogar im SAP-Raum ist er, Alter In der digitalen Welt Nicht meine Mütze Scheiße Das hat er nicht gemacht Dieser Halunke Ich werde meinen Freund Die Kappi zurückholen Hey Sorry Es hat er nicht wegfliegt Okay, wo landet er? Wieso genau da? Wieso genau da? Das bringt mir nix Wieso genau da? Da bringt das mir nix Was will der scheiß Vogel von mir? Der landet jetzt wieder Auf dem, der schon oben ist Muss er nicht Auf den landen, der unten ist? Er entrollt mich halt wirklich komplett weg Jetzt Okay Okay Das ist so spannend Und jetzt sterben So, wo ist der Bonusmon? Wahrscheinlich da oben auf der hohen Säule oder so, oder? Ich würde gerne den Vogel übernehmen mit der Kappi, Alter Das ist bestimmt richtig nice Oder ist das wieder so ein Special-Sub-Raum, wo es nur einen Mond gibt? Ich kann mir vorstellen, dass es in den Warte, ich gehe erstmal raus und rein Bevor ich suche Ich kann mir vorstellen, dass es in den Säulen ist, die hoch und runter fahren Dass es seitlich irgendwie noch ein Loch gibt in der Säule Okay, ja, jetzt befindet sich hier wirklich noch einer Ach so Ach so Wieso ist eigentlich der scheiß Vogel wieder da? Das stinkt mir, dass der Vogel wieder da ist, Leute Okay, ich bin raus hier Ich muss mich und meinen Geist schützen Ich muss hier raus Und mich und meinen Geist zu schützen Darf ich dieses Level nicht machen Sonst ist die Tiltung Auf maximal Level Raus da Für den seelischen Frieden So, da war gerade auf dem Baum Einer Da Dann holen wir uns hier so einen Wurm Kannst du auch laufen, Diggi? Ne Ach so, so das jetzt theoretisch laufen, ne? Die, 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 die Ja, ich finde die wieder mal super Das ist einer der coolsten Monster im Spiel Die man übernehmen kann Äh, wo war das? Nicht der Flugdino? Ne Der lässt sich nicht so cool steuern Und der Er gleitet halt Wenn er fliegen könnte Vielleicht Aber er gleitet nur Er kann nicht mal fliegen Du darfst ihn nicht mal Flugdino nennen Das ist eigentlich verboten, ihn so zu nennen Die Wassertintenfische Gibt es noch Erdtintenfische? Ja, ganz nach oben Da kann ich mich einfach porten Tiefenwahrnehmung Schwierig manchmal, ne? War der Baum schon vorher auch da? Ne, ne? Okay, mein Plan geht nicht auf, Chat Ich glaub, mein Plan geht nicht ganz auf Ich sag, das ist eine ganz normale Säule Wo du einfach hochklettern kannst Und abspringen kannst Wohin rollst du, Mario? Ich probier's nochmal Aber wieso, wo ich sterbe bin? Ah! 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 Ich will raus aus diesem Körper Ich will woanders sein Anders! Woanders! Ah! Ah! Oh, dieser Baum Seit wann stört der mich Ist schnell, oder? Ist richtig schnell, oder? Richtig Richtig schnelles Strat, oder? Das war eine richtig schnelle Strat, oder? Die ich da hatte Du dummer! Klemmner Ja, dann nehm ich halt keinen Shortcut Dann spiel ich das langweilig Wie so ein stinkender Blutleerer Langweiler Du dummer Du dummer Dummer Du dummer kommer dummer Du dummer 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 Tumsack Die Dummer Tumsack Du Dummer Tschcsak Dreckiger dumm. Dummer. Ja, keine Ahnung, wie ich das gegen den Goldenen machen soll. Die normale Route gegen den Goldenen wird doch nicht klappen, oder? Das wird doch niemals klappen, oder? Vielleicht, wenn ich sie gut laufe und nicht dabei jetzt die ganze an jeder Kante hängen bleibe. Vielleicht klappt es ja dann doch. Oh nein, Frodo Lina. Dankeschön für 18 Monate. Oh nein. Ist auch frech, dass die mich einfach nicht hochporten lassen, ne? Okay, Mario. Dann rollen wir nicht mehr. Der Gelb ist weg. Da ist der. Wo kommt der her? Der ist... Der hat einen Unfall gebaut. Der hat einen Unfall gebaut. Das ist der. Okay, reicht wirklich. Das ist ja easy. Junge, da gucke ich für 10 Sekunden in den Chat. Es geht wieder um Furries. Ich dachte, wir kommen heute dem Furrien-Thema ganz gut entge... Wir entkommen dem Thema heute ganz gut. Ich gucke kurz weg, habe 10 Sekunden keine Kontrolle über den Stream. Chat, direkt schon Furries. Stimmt, hier gab es auch eine Röhre, ne? Nein, wir reden jetzt nicht über Marathons. Ich glaube, das kommt wieder hoch, oder? Der kann durch Wände. Das ist die beste Verwandlung. Oh, ich sehe schon, wo der Versteckte ist. Hier ist der Versteckte. Ich muss baiten. Oh, das ist cool. Das ist cool. Chat, das ist cool. Das ist cool. Kann ich hier nur überfahren? Achso, ich kann durch Steine fahren, aber nicht durch ne fucking Pflanze. Das geht nicht. Pflanzen sind auch effektiv gegen Stein. Boah, das stimmt. Du hast recht. Hast mich einfach stark matt gesetzt. Stimmt. Ich habe auch nur Furries gehört und musste gerade in den Chat lesen. Okay, was wollt ihr jetzt über Furries wissen? Was ist, was wollt, was wollt ihr jetzt über Furries wissen? Ich habe keine Fursona, ich bin kein Furry. Oh, Läppel. Dankeschön für 27 Monate. One Awakening. Wenn wir feiern mit dem Spielen, denke ich. Den Marathon machen. Nee, ich komme da nicht rüber. Hier gab es immer noch ein Versteck. Ich hatte ja so ein, so ein Foto in einer anderen Welt gefunden. Wo irgendwo hinter dem Baum so ein Doggo raus lurkt. Habe ich das hier geholt? Ich glaube nicht. Nee, da oben sind schon die Münzen weg. Ich habe es hier geholt. Ich will wissen, wie heißt die Fursona von einem Skelly. Skellison. Jo, ciao, Stifts. Hm. Wo war der Doggo? Und da ist noch ein Loch. Aber ich glaube, da war ich schon mal drin. Müssen wir uns mal das Foto anschauen. Habe ich das gespeichert? Da habe ich das gespeichert. Ich habe es nicht gespeichert, ne? Doch, da. Das ist halt hier dieser Baum. Und jetzt? Da guckt halt bei diesem Baum irgendein Hund raus. Hä? Ist der unsichtbar? Okay. Ich dachte, da muss jetzt wirklich irgendwie ein Hund spawnen. Haunt. Da außen ist noch irgendwas. Ah, auf dem Baum. Okay. Oder ist das... Nee. Das ist irgendwie einfach in der Luft. Schau mal von oben. Der ist keine Plattform, ist einfach in der Luft. Und ich muss da rausfinden, wie ich den Käfig sprengen. Da muss ich so ein Insekt, so ein Sprenginsekt dahin locken. Uh, da ist ein Schmetterling. Ich glaube aber, den Schmetterling habe ich schon mal geholt. Und das habe ich auch schon, glaube ich, geholt. Oh, das ist wahrscheinlich die Note, die so dort zu sehen war. Ja, das ist die Note wahrscheinlich, die in der Luft hing. Ich habe bei dem Ufo gar nicht probiert zu schleichen. Was ist, wenn ich schleiche? Ist das schleichen? Okay, ich komme näher ran. Auf dem Mond das Ufo anzuschleichen, habe ich gar nicht probiert. Vielleicht ist das der Weg. Die Schmaße, Peach. Ich bin gerade kurz vor dem mentalen Zusammenbruch. Und dein Yippie. Mach mich nur wütender. Ja, selbst wird mit dem Eintrinh-Berch-Berch-Berch-Berch-Berch-Berch-Berg. Ich denke da sind alle gee, dass wir noch nicht mit einem anderen Teil geben. Ich denke da sind ja auch so schnell grundigend. Ich denke da sind auch nur wütender. Danke, dass du so ein Wüthg-Berch-Berch-Berch-Berch, Danke, dass ich so schnell losgegert. ZDF-Berch-Berch-Berch-Berch-Berch-Berch-Berch-Berch. Und das ist das da nicht so schnell losgegert. Und das hätte ich mir das so schnell treatments. Habe ich schon geholt? Okay. Ich glaube, ich brauche da ein Insekt. Schau dir zur Berührung Luigi an. Auf gar keinen Fall. Er ist ein Insekt. Dann hast du ein Schiff. Nein! Das ist ein Schiff. Oh, Baby! Das war geil. Hat er den Hasen schon mal geholt? Das hätte ich reingejumpt. Stark. Okay. Ich weiß nicht, ob ich Captain Toad geholt habe, aber er meinte, Captain Toad ist irgendwo in diese Richtung. Ähm, kann sein, aber dass ich ihn schon geholt habe. Weil in der Richtung scheint nichts zu sein. Auf der Map. Wobei, auf der Map sind ja nur die Dinge markiert. Oh, hier. Da sind ja nur die... Die Monddinger markiert. Ja, wie mache ich das jetzt mit dem Käfig? Ich muss ja irgendwie den Käfig da anschießen. Ich habe den Check geguckt. Tja. Tja. Ja, irgendwie musste ich diese Kanonen eine hier locken und die andere zum Käfig. Ah, eigentlich schon fast geschafft. Da muss nur der hier weg. So. Oh, fast. Okay, hab ihn. So, dann hol mir den aus dem Käfig eigentlich genauso raus, denke ich. Ich wusste nicht, dass sie so weit fliegen können, aber das ist, denke ich mal, der Plan jetzt. Fast. Okay, nice. Sind das zufällig 25 Monde, die ich schon habe? Ich glaube, ich glaube, ja, ne? So, hier ist noch was am Rand. Das pack' ich heute nicht mehr. Das pack' ich heute nicht mehr. Oh, der ist noch im Moment. Oh, der ist noch im Moment. Ich habe. Und ich denke nicht, dass ich dann noch anfange, das harte Level zu branden, oder? Ich bin schon so ein Matsche von diesem Game hier. Wieso ist da so weit weg? Wieso ist er so weit weg? Komm. First try einfach. Ja, wir gucken da rein. Aber da reingucken bedeutet, ich muss ja diese Brudelkämpfe machen, oder? Irgendwie meinte, nein. Ja, hier meint jeder im Chat irgendwas eigenes. Hier hat jeder sein eigenes Mario Odyssey. Nice. Jede Kopie ist einzigartig. Hm. So, hier in der Ecke ist einer. Oh lol, was? Wir hatten alle unsere eigene Odyssey. Genau das. Der war ja richtig toll platziert. Achso, das ist die Röhre hier. Wo der Ding jetzt ist. Ja, den mach ich nicht. Äh, wo der Drecks Vogel ist, ne? Ne, ich sammle jetzt keine 5 Monde. Ne, mach ich nicht. Ne, mach ich nicht. Ne, mach ich nicht. 5 Stück noch! Äh, wir können jetzt, wo ich gecheckt habe, wie ich die, äh, wie ich schleiche. Können wir uns den, äh, das UFO hier schnell holen? Wie wir erstmal kaufen. Wie wir erstmal schnauze halten. Moment, hier ist noch ein Sub-Raum. Ja, den allerletzten, den kaufe ich. Habe ich übersehen. Habe ich übersehen. Bei Neptums Monden. Wo bin ich denn hier gelandet? Lava! Lava auf dem Mond. Bei 499 der Spieler brechen. Ja, da war keine Gravity, deshalb war der Sprung gerade irgendwie so wacky. Wie... Wo ist der versteckt im Mond? Wo hast du dich versteckt? Oh, da oben hat er sich versteckt. Oh, da kommt man so rüber, oder? Ich hätte nur besser springen müssen. Oh, der ist er. Komm schon. Okay, nice. Vier Stück noch, Chat. Wir haben es gleich. Holy shit. Könnt ihr das glauben? Nächste Woche wirklich Wanda? Ich kann nächste Woche wirklich Wanda spielen? Ich glaub dir gar nichts. Doch, doch. Glaub mir. Drei Monate noch. Also, wer hier 880 Monde sammelt, dem geht's ja wirklich nicht gut, oder? Da ist einfach ein random Mond. Diese Person sammelt dann auch 900 Koks, halt wirklich. So, da ist er. Okay. Whoa. Was ist das? Lass mich nicht. Bisschen näher dran. Er fliegt schon los, bevor ich überhaupt werfe. Also beim Schmetterling hat es so geklappt. Bisschen näher dran. Bisschen näher dran. Bisschen näher dran. Ey, das war doch ein Treffer. Bisschen näher dran. Was, das war doch ein Treffer. Er fliegt direkt weg, wenn er spawnt. Hab ihn. Was für eine Scheiße. Keiner hat das so gewollt. Was, das war doch ein Treffer. Ich peil den da hinten an, da oben in der Luft. Das ist ein Fantasy-Game. Mario muss nicht atmen. Mario muss nicht atmen. Das war doch ein Treffer. Die Scheiße. Ja. Aber, das war doch. Okay, dann haben wir den auch. Wo gibt es hier noch einen? Da direkt gibt es noch einen? Ach so, die Puppe. Wie viele haben wir? Einen noch. Dann haben wir alle. Der letzte kommt jetzt. Das ist der letzte Chat. Wir haben es geschafft. Was ist denn, Scheißgang? Ohne kaufen! Ich sag's wie es ist, wäre das Movement in dem Spiel nicht so geil und die Idee mit dem Übernehmen der Gegner nicht so geil, wäre das Spiel unter Odyssey für mich. Definitiv. Aber dafür macht das Movement viel zu viel Spaß. So, da ist das letzte Level-Chat. Äh, Untergalaxy meine ich. Untergalaxy. Also meinst du, wenn das Spiel nicht das Spiel wäre? Nein, mir geht's gerade um die Missionen, wie du an den Monde rankommst. Die waren halt in Galaxy arsch langweilig. Hier sind sie aber auch arsch langweilig. Aber hier ist das Moveset. Moveset hat spaßiger. Let's go! Der, 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 der. Das ist ein gigantischer Frosch, ja. Kommt aus Australien, der Frosch. Chat, bin ich euer OneWapGirl? Ich glaube, wenn ich den besiege, gibt er mir, glaube ich, so ein Superherz, dass ich dann mehr Leben habe. Aber ich glaube, sonst bringt das keinen Grund, äh, hat das keinen Sinn, ihn umzubringen. If I remember the right. Herzcontainer, genau. Nein, nein, nein. Boah, was passiert hier? Kommen die wieder? Alter, Gubi Fortnite. Danke für den Raid. Was geht ab? Dankeschön. Das ist einfach Neek Bates, nicht Neek Beats. Der kleine Bruder von Neek Beats. Willkommen in der Odyssee. In der katastrophalen Odyssee. Fahren die auch runter? Ich habe den Namen schon seit 2010, okay. Ja, das ist natürlich ärgerlich, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Aber wie ich sehe, ähm, hast du das nicht zum ersten Mal gehört. Ja, okay. Nein, nein. Als Hopi. Ich lebe noch, Lolsky. Bis jetzt wird das nicht so schwer. Ja, das Problem bei solchen Leveln ist ja nicht unbedingt, dass sie super hart und schwer sind, sondern die Schwierigkeit liegt eher an der Länge, glaube ich. Das ist so immer eher das Schwierige, dass die Level so lang sind. Achso, okay, dann lasst da nicht mehr so drauf springen. Achso, das ist da drin, Leute. Ich habe den Chat geguckt. Und dann habe ich die Orientierung verloren. Und jetzt schäme ich mich, dass ich atme. Dumme Sauf. Dumme Drexau. Okay, wir machen den nicht. Ich kann das Level sogar speedrun, du Legende. Einfach Hardcore-Gamer. Also ich kann gar nichts. Oh, nein. Oh, nein. Dafür bist du unser One-Up-Girl. Ja, das bin ich. Eigentlich wollte ich das Level heute nicht mehr machen, ne? Für den Boost. Scheiße. Scheiße. Jetzt bin ich so schlecht, weil jetzt Leon, die Legende, der Speedrunner, hier zuschaut. Jetzt habe ich die ganze Zeit so einen Druck, dass ich performen muss. Achso. Ach, komm. So, die Tomate muss dafür sterben. Ja, die Passage ist ein bisschen schwierig. Da das richtige Timing zu finden. Und da noch Speed zu haben. Und auch drüber zu kommen. Was hat mich getroffen? Ich bin doch drin in der Lava. Du dummes Drex-Game. Lol. Miyamoto hat gesoffen. Oh, okay. Okay. Ah, let's go. Hey, 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 hey. Oha, nach unten drücken Das ist neu, das ist neu Eiskaltes Wasser Scheiße Ach Dreckiger Drecksmist Ich hoffe, da oben ist eine Heilung Yoshi? Der Yoshi? Der Yoshige Yoshi? Was machst du, Yoshi? Kann ich die nicht essen? Ich kann die nicht essen in dem Teil Oh nein, ich muss mich dran kleben Oh mein Gott Okay Nicht so schwer Und dann sind wir wieder am Anfang Ja, die Fuzzis sind in dem Teil wieder Götter Keiner kann sie besiegen Nicht mal mehr Yoshi Ja, da war eine Sphinx gerade Da muss man gleich so wilde Matheaufgaben machen Und wenn du nicht schaffst Und wenn du nicht schaffst, dann Wann hittet sie dich? Daran bin ich gescheitert Hier habe ich halt zwei Leben verloren Das war halt Das war halt nicht so cool Ja, es geht wieder los Nein Diese Stelle ist wirklich Arsch Ach so 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 Flieg doch zur Mütze Er wollte einfach nicht zur Mütze springen Schade Ähm Entschuldigung Ähm Entschuldigung Knappos Der kleine Krokodil Okay, okay, okay Okay, okay, okay Schade leider nicht mit rein leben, ne? Speedrun Leon, was hältst du davon? Das war gut, oder? Im Speedrun macht man die Stelle wahrscheinlich gar nicht, ne? Die skippt man in der Stelle wahrscheinlich Diese ganze Passage Komplett geskippt Ja, wie mache ich das jetzt hier ohne kein Ohne Damage zu bekommen? Komme ich da wirklich vielleicht noch durch? Nein Doch keine Was machst du? Wer macht irgendwelche Kusselköpfe im Wasser? Aber ich habe es überlebt Ich habe ein Leben Keinen Hit bekommen, meine ich Wieso hat er den Körper gemacht? Ah, wieso springe ich? Ja Am selben Punkt verloren Das Ich komme da nicht vorbei Selbe Stelle Selber Ort Selbe Zeit Wird ein langer Stream Ne, 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 ne Ich lerne bei jedem Try immer was Neues dazu Ich werde langsam aber sicher schneller als ich Ja, halt dich ran Ich bin ganz, ganz nah hinter dir Oh, das war so sauber, ne Das war so lecky Mh, lecky schmecky war das Mh, das war lecky schmecky MLG einfach Ohne Wassereimer Oh, das war so lecky Er springt nicht mehr, dieser dumme Scheiß-Klempner. Ey, so gut durchgekommen, ne? Ich hasse Mario, wieso tue ich dir diesen Marathon nur an? Ich hasse Mario, wieso tue ich mir diesen Marathon an? Jet, wir müssen aufhören. Wir müssen aufhören. Ich wollte nur kurz reinlonsen. Wir müssen aufhören. Doch, wir müssen aufhören. Ich bin absolut nicht im Flow. Siehst du diesen Flow? Nein, ich mache nicht gleich Mario Wunder, wenn ich aufhöre. Wenn ich aufhöre, dann gehe ich offline und lege mich ins Bett und werde weinen. Ich gehe mal aufhören. Okay, das geht mittlerweile gut. Die Stelle geht halt noch gar nicht gut. Aber hat geklappt diesmal. Äh. Schade. Und wie geht das nur? Wie funktioniert das nur? Das weiß niemand so ganz genau. Oh. Okay, er wollte seinen Hut nicht erreichen. Das ist auch stark. Das ist auch knapp. Das ist auch knapp. PB. Das ist auch knapp. Das ist auch knapp. Das ist auch knapp. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Pilzkönigreich WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh lol, ohne Mütze, ohne Bauen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay, wir sind in Schlemmerland. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich kann mich nicht entscheiden, ich nehme den hier. Okay, Schlemmerland geschafft. Der fährt ohne mich einfach so. Scheiße! 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 Ich bin Hunger, was da passiert! Scheiße! Ach du Scheiße! Okay, da! Scheiße! Ich bin Hunger! Ich bin Hunger! Ich bin Hunger! Ja! Ich bin Hunger! Ich bin Hunger! Ja! Ich bin Hunger! Das war's für heute. Mhm. Nee, kein Bonus-Try. Das ist der letzte. Du hässlicher... Hässlicher, super-ultra-hässlicher, maximal Dreck-im-Gesicht-tragender Scheißkerl. Ich hasse Mario. War ein guter letzter Try, ne? Ja, Chat, wir sind für heute durch. Wir sehen uns Dienstag wieder. Ähm...